Sie waren Freunde. Sie arbeiteten zusammen und waren ein tolles Team. Strafverteidiger haben einen schlechten Ruf. Aber wir konnten jede Klage abwenden, wenn der Preis stimmte. Sie arbeiteten hart und aggressiv. Wir haben jeden Fall gewonnen und dachten, es würde ewig so weitergehen. Sie haben die Laster des anderen gefördert. Der Tatort sah schrecklich aus. Wir wussten nicht, wie er da schoss und was los war. Wir waren panisch. Wenn man jemanden sterben sieht, das vergisst man niemals. Hier in South Redondo Beach am Pazifik hätte niemand mit so etwas gerechnet. Es ist eine sichere Gegend. Die Kriminalitätsrate ist niedrig. Hier wohnen viele Wohlhabende in gepflegten Häusern. Ich verließ zum Schichtende die Wache des Redondo Beach Police Departments. Da hörte ich über Funk, das in South Redondo Beach geschossen wurde. Mehrere Einheiten meldeten sich. Ich fuhr ebenfalls hin. Als ich ankam, sicherte das Einsatzteam schon den Tatort. Das Opfer lag mit Schusswunden in der Brust im Flur. Er war männlich, weiß, trug einen Anzug und lag auf dem Rücken. Er lag in einer Blutlache. An den Wänden sah man blutige Handabdrücke, wo er versucht hatte, sich abzustützen. Dann ist er seinen Verletzungen erlegen und gestürzt. Das war unser erster Eindruck. Als Verteidiger waren wir unschlagbar. Wir verdienten jede Menge Geld. Doch dann ist alles zusammengefallen, wie ein Kartenhaus. Barry und Jerry waren Freunde. Sie arbeiteten zusammen, sie waren erfolgreich. Sie waren ein tolles Team. Jerry war das Yin zu Barrys Yang. Sie ergänzten sich perfekt. Aber die Sucht trieb einen von ihnen in den Abgrund. Und den anderen in die Verzweiflung. Anfangs wollte ich die Kriminellen hinter Gitter bringen. Ich habe Jerry kennengelernt, als er Anfang der 1980er noch bei der Antidrogenbehörde DEA gearbeitet hat. Ich war Verteidiger bei seinem ersten Gerichtsfall und habe ihn geschlagen. Aber wir freundeten uns an. Ich konnte ihn gut leiden. Er war ein guter Agent. Schlau, motiviert und mit viel Energie. Jerry Scotty musste man einfach mögen. Mein erster Erfolg war der DeLorean-Fall. Er verursachte großes Aufsehen und wurde das Highlight meiner Karriere bei der DEA. John DeLorean, der bekannte Ingenieur und Autobauer, wurde beschuldigt, im großen Maßstab Kokain geschmuggelt zu haben. Jerry studierte damals Jura und er war entsetzt, dass man DeLorean eine Falle gestellt hatte, um ihn weiter in den Kokainhandel zu verstricken. Das war in meinen Augen falsch. Ich sagte zu seinen Gunsten aus und letztlich wurde er freigesprochen. Jerry war sehr mutig. Er war der Meinung, dass die Vorgehensweise falsch war. Und daran wollte er keinen Anteil haben. Jeder verdient eine Anhörung, auch die bösen Jungs. Deshalb habe ich bei der DEA gekündigt und bin Strafverteidiger geworden. Jerry Scotty war eine echte Kämpfer-Natur. Er war ein guter, offensiver Special Agent bei der DEA gewesen. Diese Eigenschaften brachte er in seinen neuen Beruf mit. Ich wollte der Beste sein. Aber ich war geschieden und es war schwer, als alleinerziehender Vater alle Termine einzuhalten. Er war vernarrt in seinen Tochter. Er sorgte sich um sie und verbrachte viel Zeit mit ihr. Ein guter Vater. Und wurde ein verdammt guter Anwaltsassistent. Ich hörte von einem Spitzenverteidiger namens Tony Caposola. Also habe ich mich bei ihm vorgestellt. Ich hatte damals einen großen Fall. Und er kam einfach herein und sagte, sehen Sie sich das bitte mal an. Er hatte den Fall besser analysiert als ich und den besten Antrag verfasst, den ich je gesehen habe. Ich wusste sofort, dass er etwas Besonderes war. Mit seinem Antrag habe ich den Fall gewonnen. Ab diesem Zeitpunkt holte ich bei Fällen, die kompliziert waren oder viel Aufmerksamkeit erregten, Barry Feldman zu mir ins Büro. Die Arbeit mit Tony war meiner Karriere sehr zuträglich. Aber er konnte mich nicht Vollzeit beschäftigen. Das hat mich zu Jerry geführt. Ich habe ihn Jerry wärmstens empfohlen. Der Kerl ist spitze. Die Chance solltest du nutzen. Ich war eine Art Mentor für Jerry und ich kannte seine Schwäche. Er war nicht in der Lage, die komplexen Anträge zu schreiben, die von einem Starverteidiger verlangt werden. Dann traf er Barry Feldman. Anfangs war ich skeptisch. Wenn Barry ein juristisches Ass war, sah man es ihm nicht an. Aber ich vertraute dem Urteil meines Freundes Tony. Jerry gab mir eine Chance. Und ich wollte ihm zeigen, dass ich seine Kanzlei voranbringen konnte. Er war ein großartiger Anwaltsassistent. Er schrieb die Anträge, mit denen Jerry seine Fälle gewann. Er war wesentlich wertvoller als die meisten Anwälte, die ich kenne. Hatte man eine Verteidigungsschrift von Barry Feldman vor Gericht, konnte man stolz sein. Barry war ein Genie. Ich habe ihn sofort angestellt. Wir nannten ihn das Schlupfloch, weil er für unsere Mandanten immer einen Ausweg fand. Ich war das Superherrn hinter den Kulissen. Jerry war der Mann im Gerichtssaal. Gemeinsam waren wir unschlagbar. Sie ergänzten sich gegenseitig. Jerry war ein ausgezeichneter Redner. Er konnte gut mit der Jury umgehen und wusste, wie man eine Zeugenaussage auseinander nimmt. Niemand wollte gegen ihn antreten. Doch nur die wenigsten wussten, dass hinter diesen harten Strategien und Taktiken eigentlich Barry steckte. Wir haben einen Fall nach dem anderen gewonnen. Auch große Fälle. Und wir verdienten viel Geld. Sie haben oft gewonnen und hatten einen guten Ruf. Sie standen sich sehr nahe. Ich weiß, dass Barry oft Überstunden gemacht hat. Die beiden hatten eine tiefe Verbindung. Sie arbeiteten sehr hart. Ich habe manchmal um ein Uhr nachts mit ihnen gesprochen und sie am nächsten Morgen vor Gericht gesehen. Sie hatten Energie und Leidenschaft. Sie waren Kämpfer. Wir waren ehrgeizig. Manchmal schien es, als ob wir uns gegenseitig übertreffen wollten. Aber in den langen Überstunden wurden wir erst Partner und dann gute Freunde. Sie hatten auch privat viel miteinander zu tun. Sie gingen oft zusammen essen. Oder sie trafen sich, um etwas zu trinken. Jerry hatte viele Freundinnen, war beliebt, besaß viele Autos. Er verhielt sich wie ein erfolgreicher Anwalt, der gutes Geld verdient. Er genoss das Leben. Sie hatten beide gern ihren Spaß. Jerry trank nach der Arbeit oft ein paar Cocktails. Barry war auch dabei. Ja, ich mochte die Partys, aber nicht so sehr in L.A. Da war ich nur ein Anwaltsgehilfe. Aber wenn ich mit Jerry nach Vegas fuhr, kam eine andere Seite in mir zum Vorschein. In Las Vegas war er ein anderer Mensch. Er war ein großer Mann auf dem Strip. In den Casinos bekam er Getränke und Essen gratis. Er wurde umsorgt und von den Managern begrüßt. Man schüttelte ihm die Hand. Man ließ ihn vor seinen Gästen gut aussehen. Jerry und ich waren ehrgeizig und unnachgiebig. Wir haben bei jeder Gelegenheit Dampf abgelassen. Bei unserer Klientel war das auch nötig. Ihre Mandanten waren oft gemeine Verbrecher, die im großen Stil mit Drogen, Veruntreuung und Prostitution zu tun hatten. Sie befassten sich mit vielen schlimmen Dingen. Das war ihr schmutziges, kleines Geheimnis. Sie verdienten Geld mit der Verteidigung von Kriminellen. Man verlangt große Anwaltsvorschüsse. So kann man sich einen wesentlich teureren Lebensstil leisten, als auf der guten Seite des Gesetzes. Jerry und Barry hatten den ganzen Tag mit Verbrechern zu tun. Von diesen Menschen habe ich eine wichtige Lektion gelernt. Wenn jemand wirklich verzweifelt ist, ist er zu allem bereit. Es war Mord. Es war keine Affekthandlung. Es war ein geplanter Mord. Es ist nie leicht, an einen Tatort zu kommen. Ich habe mit dem Schlimmsten gerechnet und es war wirklich übel. Überall war Blut. Einige Möbel waren ungeworfen. Es sah chaotisch aus. In diesem Büro sind wir Partner geworden. Hier hat alles begonnen. Wir konnten nicht ahnen, dass es hier auch enden würde und wie es enden würde. Sie hätten aufeinander aufpassen müssen. Stattdessen unterstützten sie die Laster des Anderen. Das nahm ein schlimmes Ende. Mit dem Erfolg meiner Kanzlei lebte ich den amerikanischen Traum. Geld, Frauen und natürlich die Wochenenden in Vegas. Unter der Woche lebte ich unauffällig. Aber bei unseren Wochenendausflügen war ich ein Highroller. Er lebte eine Fantasie aus. In Vegas war er der Boss. Die Leute bewunderten, wie er spielte und wie er zu feiern wusste. Wenn man einmal eine echte Glückssträhne erlebt hat, gibt es keine Droge, die sich so gut anfühlt. Ich fuhr gerade von L.A. los und rief Barry an. Ich fragte ihn, wie läuft's? Ich wusste, dass er gerade spielte. Er antwortete, störe mich nicht. Es geht um 30.000. Ich sagte, was? Du bist erst seit ein paar Stunden da. Er sagte, störe mich nicht und legte auf. Wow, 30.000 Dollar in einer Stunde. Ein Anwaltsassistent verdient vielleicht 75 bis maximal 100.000 Dollar im Jahr. Und dann hat Barry in Vegas in ein paar Tagen um 150.000 oder 200.000 Dollar gespielt. Das passte überhaupt nicht zu seinen Einkünften. Barry war ein typischer pathologischer Spieler. Er hatte sich nicht unter Kontrolle. Er glaubte immer, dass er in der nächsten Runde gewinnen würde und alle Verluste ersetzen könnte. Aber aus diesem Teufelskreis gibt es nur einen Ausweg. Man muss aufhören. Barrys Spielen störte mich nicht, solange es keinen Einfluss auf die Arbeit hatte. Ich war sein bester Freund, aber auch sein Boss. Barry brauchte Jerry als Arbeitgeber und Jerry brauchte Barry wegen seiner brillanten juristischen Strategien. Es war eine Symbiose. Sie brauchten sich gegenseitig. Im Auftrag von Jerry bezahlte Barry die Rechnungen. Und manchmal hat er Jerrys Unterschrift gefälscht, um Zahlungen zu veranlassen. Jerry wusste oft nicht, was schon bezahlt war, weil Barry mehr oder weniger für die ganze Kanzlei verantwortlich war. Wir waren ein schlagkräftiges Team. Aber man konnte uns leicht unterscheiden. Jerrys Büro war sehr sauber. In Barrys Büro sah es manchmal furchtbar aus. Jerry war kontaktfreudig, Barry eher introvertiert. Barry Feldman fuhr einen Honda Accords. Und Jerry besaß einen Ferrari. Aber Jerry war auch Jurist. Er verdiente ziemlich gut. Er war Junggeselle und ein erfolgreicher, gut aussehender Anwalt in L.A. Das ist kein schlechtes Leben, solange man es sich leisten kann. Bei ihrer Kundschaft muss man diesen Lebensstil pflegen. Es darf nicht so aussehen, als ob man auf das Geld angewiesen wäre. So läuft das Spiel. Ich kümmerte mich um die Rechnungen. Ich wusste, dass unser Erfolg auf der Kippe stand. Und Jerry hatte mit seinen eigenen Dämonen zu kämpfen. Jerry war ständig betrunken, soweit ich das sagen kann. Barry hatte keine Kontrolle über seine Spielsucht. Jerry war Alkoholiker. Wenn Jerry zu viel getankt hatte, habe ich manchmal die Arbeit für uns beide erledigt. Ich habe Tony einmal nach Barrys Geschichte gefragt und warum er nur ein Anwaltsassistent ist. Da hat er mir von seiner kriminellen Vergangenheit erzählt. Das hat mich sehr verblüfft. Er kam mir nicht wie ein Krimineller vor. Lange bevor ich Jerry traf, habe ich eine Entscheidung getroffen, die eine juristische Karriere sofort beenden kann. Barry war hier in Torrens auf der Schule. Dann ging er auf die University of California in Irvine, die einen guten Ruf hat. Er wäre ein Spitzenanwalt geworden, aber dann kam das Spielen dazwischen. Er begann schon früh zu spielen. Eines Tages hatte er eine riesige Summe Geld verloren. Er raubte eine Bank aus und wurde gefasst. Ich glaube, er hat eine Plastikpistole benutzt, beim ersten Mal und beim zweiten Mal. Einmal hat er eine Frau als Geisel genommen und von ihrem Mann, einem Bankmanager, 25.000 Dollar verlangt, um seine Schulden zu bezahlen. Beide Verurteilungen hingen mit seiner Spielsucht zusammen. Und zu dieser Zeit war er noch auf dem College. Es ist traurig. Als ich das erste Mal im Gefängnis war, wollte ich die Zeit sinnvoll nutzen. Also studierte ich die Gesetze. Barry studierte Jura, als er im Gefängnis saß. Er konnte Fälle, Gesetzestexte und die ganze Verfassung zitieren. Er liebte Jura. Wegen meiner Straftat konnte ich kein Anwalt mehr werden. Aber das juristische Wissen war nützlich, als ich das zweite Mal Ärger bekam. Als er verhaftet wurde, schrieb er selbst seinen Antrag auf verminderte Schuldfähigkeit. Der Richter sagte, sie vergeuden ihr Talent. Dieser Antrag ist ausgezeichnet. Sie wären ein guter Jurist. Schade, dass Sie jetzt vorbestraft sind. Wenn Sie freikommen, sollten Sie Anwaltsassistent werden. Selbst der Richter war beeindruckt. Als ich aus dem Gefängnis kam, wollte ich arbeiten. Aber ich war schon zweimal verurteilt worden. Beim dritten Mal hätte ich automatisch 25 Jahre Haft bekommen. So weit durfte ich es nicht kommen lassen. Er hätte einer der besten Anwälte werden können, wäre er nicht zuchtkrank gewesen. Das hat ihm zwei Straftaten eingebracht. Sonst hätte er seine eigene Kanzlei aufmachen können. Er hätte Millionen verdient und so seine Schulden begleichen können. Ich dachte, ich könnte beides haben. Die Arbeit bei Jerry und ein kleines Spielchen ab und zu. Ich dachte, ich hätte es unter Kontrolle. Er gewann in einer Stunde 10, 20, 30.000. Oder er verlor 10, 20, 30.000 in wenigen Minuten. Barry verlor viel mehr, als er gewann. Alles oder nichts. Ich tat ja nichts Illegales. Ich bekam Kredit in den Casinos in Vegas. Und selbst wenn ich mal Pech hatte, war ich nach einem guten Abend wieder oben. Barry hatte hohe Schulden bei den Casinos. Er hatte eine kriminelle Vergangenheit. Als die Casinos ihr Geld zurückverlangten, war klar, dass das für Barry oberste Priorität hatte. Er wollte sich schützen. Er konnte nicht wieder ins Gefängnis gehen. Barry und ich waren erst Kollegen und wurden dann beste Freunde. Und wir waren Komplizen. Wir arbeiteten als Verteidiger für Verbrecher. Solche Leute bezahlen häufig ihre Rechnungen nicht. Manchmal waren schlimme Gestalten bei ihnen im Büro. Ich habe versucht, ihren Mandanten aus dem Weg zu gehen. Das hat bestimmt keinen Spaß gemacht. Da sind sie zum Ausgleich nach Vegas gefahren. Ich war mit Barry in Las Vegas und habe erlebt, wie er in einer halben Stunde viel Geld verloren hat. Er machte mich verantwortlich und schickte mich weg. Ich hatte Pech in Vegas und die Casinos wollten ihr Geld. Ich brauchte Bares und zwar schnell. Die Casinos treiben ihre Schulden sehr aggressiv ein. Sie vergessen das Geld nicht einfach. Sie vergessen nichts. Ich borgte mir das Geld von Jerrys Treuhandkonto. Ich wusste, dass es falsch war. Ich hatte aber keine Wahl. Das Geld auf einem Treuhandkonto gehört einem nicht. Es gehört den Mandanten und ist für Kautionen und dergleichen da. Ich wollte es zurückzahlen, bevor es jemand merkt. Das hat nicht geklappt. Jerry rief mich an und meinte, Barry hat 20.000 Dollar von meinem Treuhandkonto abgehoben. Dafür kann man seine Lizenz verlieren. Jerry war wütend. Barry hatte ihn verraten und ihm Geld gestohlen. Er war sein Freund. Er hatte ihn praktisch aus der Gosse geholt und ihm die Chance gegeben, mit seinem Talent etwas anzufangen und ein gutes Leben zu führen. Und das war nun der Dank dafür. Ich konnte nicht fassen, dass Barry mich bestohlen hatte. Vergiss die Freundschaft. Das hätte mich meine Karriere kosten können. In seinem Sinn, Barry dachte nur, dass er sich Geld von einem Freund leiht. Er wollte nicht seinen Arbeitgeber bestehlen. Es ergab sich aus der Mischung zwischen Freundschaft und Geschäft. Die Grenze war fließend. Also rief ich Barry an und sagte, was zum Teufel tust du? Er antwortete, ich stecke in Schwierigkeiten, ich zahle es zurück. Ich fragte, wie willst du das tun? Du warst schon zweimal im Gefängnis. Dieser Diebstahl könnte deine dritte Verurteilung sein. Wenn das passiert, bekommst du 25 Jahre. Ich springe für dich ein. Ich habe Jerry 20.000 Dollar für sein Treuhandkonto gegeben. Niemand hat etwas davon erfahren und alles war in Ordnung. Barry hat den Betrag in den nächsten sechs, sieben Monaten abgearbeitet. Zu Jerry sagte ich, gib ihm keinen Zugang mehr zu deinen Konten. Jerry meinte, okay. Ich sagte, er hat ein Spielproblem und ich mache das nicht noch einmal. Tony hat meinen Job und mein Leben gerettet. Ich schuldete ihm mehr als nur Geld. Jetzt musste ich die Freundschaft mit Jerry retten. Der Vertrauensbruch hatte mich erschüttert. Aber Barry tat mir auch leid. Ich wusste, dass er verzweifelt war. Und wenn er sein Leben ändern wollte, brauchte er Freunde, die ihn unterstützten. Jerry war schlau genug, ihm zu verzeihen. Ob er ihm danach noch vertraut hat, weiß ich nicht. Jerry unternahm nichts. Er ließ Barry dort, wo er war. Er beschäftigte ihn weiterhin und gab ihm auch wieder Zugang zu seinen Finanzen. Irgendwo muss ihm bei seinen Überlegungen etwas entgangen sein. Für Barry war das eine Versuchung wie für einen Heroinabhängigen, der auf einer Mohnplantage arbeitet. Entweder war es ihm egal, dass Barry wieder die Finanzen regelte. Oder er konnte ihn nicht abziehen, weil er von ihm abhängig war. Ich arbeitete so hart, dass die Kanzlei sich bald wie mein eigenes Geschäft anfühlte. Wir wussten, dass Barry das Superherrn war. Sie waren vielleicht gute Freunde, aber es war keine leichte Freundschaft. Man wusste, dass Barry die ganze Arbeit machte und dass Jerry nur ein drittklassiger Anwalt war. Er war abhängig von ihm. Aber ich war nur ein Anwaltsassistent mit dem entsprechenden Gehalt. Barry hat Jerry wohl übel genommen, dass er den ganzen Erfolg erntete. Er verdiente weniger und sah den hohen Lebensstandard von Jerry, den er erwirtschaftet hatte. Es gab auch Missgunst zwischen ihnen. Es dauerte, bis unsere Freundschaft wiederhergestellt war. Aber wir schafften es. Wir mussten ja auch die Kanzlei führen. Jahre vergingen. Die Vergangenheit schien hinter uns zu liegen. Ich wollte glauben, dass Barry seine Sucht im Griff hatte. Das wollte ich auch. Ich ging mit Barry Feldman zum Superbowl in San Diego. Ich sah sein Gesicht nach dem Spiel und sagte, Moment mal, du hast nicht auf die Raiders gewettet, oder? Er antwortete, ich habe großen Mist gebaut. Da wusste ich noch nicht, wie schlimm es war. Jerry und ich hatten es geschafft. Wir waren die besten Freunde und sehr erfolgreich. Die Probleme mit dem Spielen hatte ich hinter mir gelassen. Ich sagte zu ihm, du musst damit aufhören. Du bist kein guter Spieler. Du verlierst viel mehr, als du gewinnst. Aber er ließ es an sich abprallen und sagte nur, kein Problem, das geht schon. Bis zu dem schicksalhaften Superbowl in San Diego wusste ich nicht, wie ernst es wirklich war. Barry hatte auf die Raiders gewettet und viel Geld verloren. Ab dieser Katastrophe ging es steil bergab. Ich konnte nicht mit Barry und Tony zum Spiel gehen. Jemand musste in der Kanzlei die Stellung halten. Jerry musste für das Bundesgericht einen Scheck ausstellen. Es war eine Kaution von 75.000 Dollar. Und der Scheck ist geplatzt. Beim Bundesgericht einen ungedeckten Scheck einzureichen, ist brisant. Plötzlich fehlten 75.000 Dollar von seinem Treuhandkonto. Der Bundesrichter fragte, wo das Geld ist. Die Mandanten wollten wissen, wo das Geld ist. Was tut man dann? Jerry wusste nicht, warum die 75.000 Dollar fehlten. Es war das Geld eines Mandanten, nicht seins. Ich war völlig überrumpelt. Ich war panisch. Ich war blamiert. Ich wusste keine Antwort. Wie konnte das geschehen? Das brachte Jerry in große Verlegenheit, weil er die volle Verantwortung trug. Er ist derjenige, an den die Polizei sich wenden wird. Der Lizenzverlust ist dabei neben der Anklage wegen schweren Diebstahls noch das kleinere Problem. Er hat seinen Mandanten Geld gestohlen. So sieht es nach außen aus. Ich wusste, wie es aussah. Und mir wurde klar, wer dafür verantwortlich war. Jerry hat Barry zur Rede gestellt und Barry hat es zugegeben. Er hatte einen Scheck über 75.000 Dollar gefälscht, um seine Spielschulden zu bezahlen. Barry musste das Geld schnell bezahlen. Und seine einzige Möglichkeit war das Treuhandkonto von Jerry Scotty. Treuhandgelder sind heilig. Als ich Barry kennenlernte, hatte er nichts. Ich habe ihm Arbeit gegeben und mein Vertrauen. Und er hat mich bestohlen. Zweimal. Dachte er, ich würde es nicht merken oder ich könnte mir das leisten? Wahrscheinlich wusste er nicht, wie wenig Geld Jerry tatsächlich besaß. Jerry machte eine große Show mit dem Ferrari und seinem exklusiven Büro, aber er war ein sogenannter funktionierender Alkoholiker. Sein Leben funktionierte, aber seine Karriere scheiterte. In der Welt der Rechtsstreitigkeiten kann ein Fall den Unterschied zwischen Reichtum und Armut bedeuten. Jerrys Kanzlei lief nicht mehr gut. Es standen ein paar Fälle aus, mit denen er Geld verdienen konnte. Aber er hatte sie noch nicht. Ich glaube, dass beide sich ineinander getäuscht haben. Barry hielt Jerry für viel wohlhabender, als er war. Und Jerry dachte, dass Barry seine Lektion gelernt hatte und ihn nie wieder hintergehen würde. Es war ein Fehler, Barry zu vertrauen. Mein bester Freund hielt mich zum Narren. Es war extrem peinlich, als das Gericht ihn über den ungedeckten Scheck informierte. Es ging nicht nur darum, dass Barry das Geld genommen hatte. Das wäre schon schlimm genug gewesen. Aber er setzte Jerry damit auch einer beruflichen Demütigung aus. Bei einer Anzeige von Jerry würde ich lebenslang bekommen. Das durfte nicht passieren. Wenn ich ihn nicht anzeigte, würde ich die Lizenz verlieren und selbst ins Gefängnis wandern. Jerry war stinksauer. Er wollte Barry bei der Polizei melden. Barry hatte schon zwei Haftstrafen. Diesmal würde er lange Zeit einsitzen. Und das wollte niemand. Ich denke, dass nicht einmal Jerry das wollte. Tony lud Jerry und Barry zu einem Treffen ein. Tony hatte uns zusammengebracht. Er hatte bei Berries erst im Diebstahl alles wieder gerade gebogen. Wenn uns jemand helfen konnte, dann er. Tony war der Pate. Und die beiden Untergebenen gingen mit ihrem Streit nicht zu den Behörden, sondern zu ihm. Tony hatte in der Vergangenheit schon einen Fehltritt von Barry ausgeglichen, mit 20.000 Dollar. Mit den 75.000 hatte Tony ein größeres Problem. Deshalb bestellte er die beiden zu sich, um zu vermitteln. Bevor ich zu Tony fuhr, notierte ich in meinem Büro ein paar Gedanken. Vielleicht war das der Anwalt in mir, aber ich fühlte mich besser, als ich es aufschrieb. Als Jerry ankam, war er verschwitzt. Sein Gesicht war rot. Es war offensichtlich, dass er getrunken hatte. Barry war in seinem Büro. Das so unordentlich war wie immer. Jerry ist kurz zu Barry gegangen und hat etwas gesagt. Er hat gelächelt. Barry erwiderte nichts. Er nahm es kaum zur Kenntnis. Er blickte nur kurz auf und arbeitete dann weiter. Ich musste vor dem Treffen etwas fertig machen. Ich wusste nicht, ob ich später noch dazu kommen würde. Wir waren ein tolles Team, aber das war unser letztes Treffen. Die Partnerschaft war vorbei. Das Ende unserer jahrelangen Freundschaft tat mir weh. Aber ich wusste, dass es das endgültig war. Am Abend des 26. März sagte meine Sekretärin um 17.45 Uhr zu mir, Jerry und Barry sind jetzt hier. Tonys Vorschlag bestand darin, dass Barry so lange weiter arbeiten sollte, bis er seine Schulden bei Jerry bezahlt hatte. Und dass Jerry ihn dafür nicht bei der Polizei anzeigen würde. Ich sagte, Jerry, ich verstehe, dass du wütend bist. Ich kümmere mich um den Schaden, dann kann Barry gehen. Er fragte, 75.000 Dollar? Ich sagte, ja. Er fragte, und dann geht er? Das bejahte ich. Ich hatte einen Vertrag vorbereitet. Jerry sollte unterschreiben, dass er keine Anzeige erstattet. Dafür bekam er die 75.000 Dollar für sein Treuhandkonto, um den Scheck für das Gericht zu decken. Es sollte keine Anzeige geben. Ich sagte, so machen wir das. Wir unterschreiben den Vertrag, dann trinken wir ein Bier, essen etwas und gehen als Freunde auseinander. Ich war in meinem Büro und hörte, pop, pop, pop. Wenn man jemanden sterben sieht, das vergisst man niemals. Das ist etwas, was man nicht vergessen hat. Barry Feldman hat beim Super Bowl große Summen verwettet. Um seine Spielschulden zu bezahlen, hatte er einen Scheck über 75.000 Dollar aus dem Treuhandkonto von Jerry Scotty gefälscht. Das Geld war im Auftrag eines Mandanten für das Bundesgericht bestimmt. Und als der Scheck platzte, ging alles dem Bach hinunter. Ich fühlte mich wie ein Idiot. Wie konnte er mir das nur antun? Jerry sagte mehrmals zu mir, Barry muss unbedingt dabei sein, wenn wir den Vertrag unterschreiben. Um 17.45 Uhr kamen sie. Wir saßen an meinem Tisch und ich fragte, wie geht es euch? Barry sagte gut, Jerry sagte nicht so gut. Ich sagte, ich verstehe, dass du wütend bist, aber ich habe dir damals gesagt, dass du ihm keinen Zugang mehr zu deinen Konten geben sollst. Jetzt ist es wieder passiert. Er antwortete, ich dachte, ich könnte dem Mistkerl vertrauen. Ich sagte, nun, er hat ein Problem, aber das kriegen wir hin. Ich überweise dir bis Freitag das Geld, so machen wir das. Und Jerry sagte, nein, so machen wir das. Dann stand er auf. Ich war völlig perplex. Er zog einen fünfschüssigen Revolver Kaliber 38 und feuerte damit auf Barry. Barry stand auf und fasste sich an die Brust. Er sagte nur, verdammt, und wich zurück. Jerry schoss wieder. Ich war im Büro und hörte. Ich dachte, es wäre ein Knallkörper. Aber dann roch ich das Schießpulver. Und ich wusste, dass es blutiger Ernst war. Wir wussten nicht, wer der schoss und was los war. Wir waren panisch. Barry drehte sich um und schleppte sich aus dem Büro in den Eingangsbereich. Jerry folgte ihm und schoss noch zweimal. Jerry hatte mich erledigt. Aber es war noch nicht vorbei. Ich hatte noch Kugeln und noch jemanden, um den ich mich kümmern musste. Barry brach zusammen. Jerry wusste, dass er tot war. Er lud den Revolver nach und ging zurück in Tonys Büro. Er richtete aus einem Meter Entfernung die Waffe auf mich. Seine Augen waren vor Zorn geweihtet. Ich konnte Alkohol an ihm riechen. Er zitterte. Meine Hände lagen auf dem Tisch. Ich starrte ihn über die Waffe hinweg an. Wir blickten uns drei, vier Sekunden lang in die Augen. Ich starrte ihn an, er starrte zurück. Dann schüttelte er plötzlich den Kopf und blickte zu seiner Hand hinunter. Er sah fast überrascht aus. Dann hob er die Waffe an seinen Mund und schoss sich in den Kopf. Er drückte ab und fiel tot zu Boden. Ich stand unter Schock. Eisige Schauer durchliefen mich. Es war völlig surreal, das zu sehen und zu erleben. Ich wollte alles wieder in Ordnung bringen. Aber letzten Endes war es egal. Jerry scheint keinen Ausweg mehr gesehen zu haben. Barry hat ihn bestohlen. Das ist eine Sache. Aber er hat sich selbst das Leben genommen, weil ihm die Lage völlig aussichtslos vorkam. Er hat Barry und sich selbst getötet, obwohl er eine Tochter hatte. Er muss völlig verzweifelt gewesen sein. Ich hatte vor dem Treffen zwei Abschiedsbriefe verfasst. Einen an meine Tochter und einen an die anderen. Ich schrieb, dass es nicht reichte, Barry zu töten. Da stand, ich wille selbst die Zeit und die Art meines Todes. So darf es nicht weitergehen. Ich will nicht in einem Käfig sterben. Welche Befriedigung zieht man daraus, die Todesumstände für sich selbst und jemand anderen zu bestimmen? Das ist mir unbegreiflich. Aber genau das drückt dieser Abschiedsbrief aus. Die Freude darüber, dass er die Kontrolle hat und den Hass auf seinen angeblich besten Freund. Beides hat mich schockiert. Jerry war ein guter Freund von mir. Ich bin traurig. Aber ich bin auch enttäuscht von dem, was er getan hat. Er hat Tonys Büro ausgewählt. Er hätte es ebenso gut in seiner eigenen Kanzlei tun können. Ich weiß nicht, warum er Tony damit hineingezogen hat. Vor allem, weil Tony ihnen ja helfen wollte. Ich weiß nicht, was an diesem Tag in ihm vorging. Ich weiß nicht, warum er auf meiner Anwesenheit bestanden hat. Warum wir alle zusammen sein mussten oder warum er beschlossen hatte, sich umzubringen und das Treffen zu arrangieren. Aber wenn man mit ansehen muss, wie in einem Meter Entfernung jemand ermordet wird, das vergisst man niemals. Barry Feldman war ein anständiger Kerl, der nicht vor seiner Verantwortung davon lief. Das ist das Tragische daran. Er sagte zum ersten Mal, ich gehe zu den anonymen Spielern. Ich höre auf zu spielen und fahre nicht mehr nach Vegas. Er zeigte echte Reue. Vor dem Treffen schrieb ich einen Brief an Jerry. Ich habe mich natürlich entschuldigt und ich hatte einige Anträge und Anweisungen geschrieben, mit denen er sein Ansehen vor Gericht wiederherstellen konnte. Ich wollte nicht, dass er für meine Fehler büßen muss. Hier ist sein Schuldgeständnis. Er hat mir und allen anderen mitgeteilt, dass er es war. Er war bereit, 25 Jahre hinter Gitter zu gehen, bei der dritten Verurteilung. Er wollte dem nicht entfliehen. Darum habe ich ihm geholfen. Er hat sich seiner Verantwortung gestellt. Er hatte großes Talent, aber es ist seiner Spielsucht zum Opfer gefallen. Seine letzten Schulden haben ihn alles gekostet. Er hat um Geld gewettet und mit dem Leben bezahlt. Und alle haben verloren. Es zeigt, dass die Spielsucht ebenso gefährlich ist wie jede andere Sucht. Aber wenn nur ein Mensch diese Botschaft versteht, hatte diese ganze Tragödie vielleicht doch etwas Gutes. Die Neue zu sein hat seine Vorteile. Und wer könnte ihr besser zeigen, wo es lang geht als ich? Adrian schien zu allem bereit zu sein. Und das weckte Sarahs Interesse. Es gab Gerüchte, dass sie rumgemacht hätten. Sie waren unzertrennlich. Sie machten alles zusammen. Ich sagte, mach ja keine Dummheiten. Sie hatte eine dunkle Seite. Sie war ein verrücktes Luder. Den Geruch von verbranntem Fleisch vergisst man nie wieder. Wir waren Teenager. Niemand in unserem Freundeskreis machte sowas. Wie bösartig muss man sein, um einem Menschen, einem jungen, hübschen Mädchen, so etwas anzutun? Einfach unbegreiflich. Derartige Verbrechen gibt es in Moline sonst nicht. Es ist eine mittelgroße Stadt mit Kleinstadtatmosphäre. Es ist eine Arbeiterstadt mit einer niedrigen Kriminalitätsrate, wo jeder jeden kennt. Es war ein Schock. Die Eltern meldeten ihre Tochter als vermisst. Sie war nach der Schule nicht mehr nach Hause gekommen. Sie befürchteten, dass ihr etwas zugestoßen sein könnte. Sie hatten von anderen jugendlichen Gerüchte gehört, dass jemand ihre Tochter umbringen oder zumindest verletzen wollte. Deshalb nahmen wir den Fall sehr ernst. Im Grunde waren wir nicht anders als andere Teenager. Wir wollten unbedingt geliebt sein. Sie haben sie erwürgt und die Leiche in Brand gesetzt. Mehrmals. Sie mussten noch mal zur Tankstelle, um mehr Benzin zu holen. In 22 Jahren Polizeidienst war das das grauenhafteste, was ich je gesehen habe. Es war grausam, entsetzlich, unbegreiflich und falsch. Es gab keinen Grund, dieses Mädchen zu ermorden. Es begann als typische Highschool-Geschichte, in der es darum geht, beliebt zu sein. Adrian wollte unbedingt dazugehören. Vielleicht zu sehr. Adrian kam neu an die Schule und die beliebteste Schülerin freundete sich gleich mit ihr an. In einer Stadt wie Moline braucht es nicht viel, um aufzufallen. Hier geht es mehr darum, sich anzupassen und sich an die Regeln zu halten. Aber das war noch nie mein Stil. Sarah war eine Rebellin. Meine Familie kommt hier aus der Gegend. Manchmal besuchten wir die Farm meiner Großeltern. Aber ich war definitiv kein schüchternes Mädchen vom Lande. Sarah war sehr direkt und sagte immer, was sie dachte. Sie war echt nett. Sie teilte ihre Zigaretten, nahm dich im Auto mit, all diese Sachen. Sie war eigensinnig und hatte etwas Abgedrehtes an sich. Wenn ich seltsam war, dann nicht ohne Grund. Als Kind bekam ich ständig Hausarrest. Seitdem wollte ich immer nur ausbrechen. Das erklärt, warum ich an der Blackhawk Outreach landete. Blackhawk Outreach ist eine Schule für verhaltensauffällige Kinder, die aus irgendeinem Grund von ihrer alten Schule geflogen sind. Hier können sie ihren Highschool-Abschluss nachholen. Ich war auch auf der Schule. Sarah schien echt cool zu sein. Sie war nie unfreundlich oder arrogant. Sie wirkte echt nett. Sarah konnte mich immer zum Lachen bringen. Wir hatten beide einen recht schwarzen Humor. Die Blackhawk war perfekt für mich. Eine kleine Schule, an der ich jeden kannte. Es war wie eine Familie. Vielleicht sogar besser. Meine Eltern ließen sich scheiden, als ich noch klein war. Mein Vater war Polizist. Ich bekam ihn nie zu sehen. Nicht, dass ich mit meiner Mutter mehr Zeit verbracht hätte. Sarah war eine verhaltensauffällige Jugendliche. Sehr willensstark. Eine Anführerin. Äußerst beliebt. Sehr selbstbewusst. Sie hatte keine Angst, sich neuen Leuten gegenüber zu öffnen und ihre Ideen mit anderen zu teilen. Sie erwartete, dass ihr die anderen folgten. Sarah war sehr motivierend. Sie sagte, du schaffst das. Und man schaffte es. An jeder anderen Schule wäre ich eine Außenseiterin gewesen. Hier war ich die Königin der Freaks. An der Highschool dreht sich alles um Beliebtheit. Sarah schien das völlig egal zu sein. Und deshalb wollte jeder mit ihr reden und sie näher kennenlernen. Sie war eine blasse Gothic-Braut. Sie trug immer Baggy-Pants mit Ketten und solchem Zeug. Dazu Band-T-Shirts. Alles immer in schwarz. Das war ihr Stil. Ehrlich gesagt fing das Leben an der Blackhawk gerade an mich zu langweilen. Aber dann kam dieses neue Mädchen und das Ganze wurde wieder interessant. Ich brachte mehr emotionalen Ballast mit als die meisten. Aber ich versuchte, das alles hinter mir zu lassen. Adrienne hatte zu Hause Probleme mit ihrem Stiefvater und ihrer Mutter gehabt. Sie hatten ständig Streit. Meine Mutter bekam mich mit 16. Die Leute sagen, dass ich ein süßes Kind war. Adrienne träumte davon, Country-Sängerin oder Modedesignerin zu werden. Sie zeichnete gern und wollte etwas aus ihrem Leben machen. Mit meinem Stiefvater gab es immer Krach und ich musste Dampf ablassen. Drei tägliche Angriffe und ein Aufenthalt in der Entzugsklinik. Alles vor meinem 12. Geburtstag. Adrienne hatte ein Problem mit Autorität. Sie mochte es nicht, wenn man ihr sagte, was sie tun sollte. Sie kiffte, trank und hing mit üblen Typen rum. Adrienne war eine Ritzerin. Die Schnitte waren eher oberflächlich. Sie meinte, sie fühlte sich danach besser. Adrienne war wirklich schwierig, milde ausgedrückt. Der Grund, warum sie an die Blackhawk-Outreach kam, war, dass sie ständig in Schwierigkeiten steckte und die Schule schwänzte. Sie sagten, der Umzug nach Moline würde mir guttun und mir helfen, mich in die Gesellschaft einzugliedern, was auch immer das heißen soll. Adrienne kam aus Texas. Sie war auf der Suche nach sich selbst. Sie versuchte herauszufinden, wer sie war und was sie interessierte. Sie war ein Problemkind, das versuchte, eine Beziehung zu seinem Vater aufzubauen. Sie wollte ihrem Leben eine Richtung geben. Wir schickten Adrienne an die Blackhawk-Outreach, weil sie in der Schule so hinterherhinkte, dass sie es unmöglich aufholen konnte. In Texas wusste ich, was abging. In Moline war ich ein Niemand. Was, wenn mich hier keiner mögen und niemand mit mir sprechen würde? Adrienne war ein hübsches, junges Mädchen. Sehr ruhig und schüchtern, aber sie wollte dazugehören. Sie war anders, weil sie vom Land kam. Und sie wollte neue Freunde finden. Sie war nicht nur die Neue, sie brachte auch eine ganz neue Art mit. Die Leute im Mittleren Westen waren anders als bei uns. Ihnen fehlte die texanische Verwegenheit. Naja, außer diesem einen Mädchen. Sarah und Adrienne lernten sich an der Blackhawk kennen. Die Schüler trägt und gucke mal, was ich mit ihr anstellen kann. Nachdem Sarah Adrienne kennengelernt hatte, rief sie mich an und sagte, hey, da ist eine Neue in der Stadt. Wir müssen alle Leichenteile bergen. Sie waren an zwei verschiedenen Orten versteckt. Nachdem meine Einheit im Park angekommen war, gingen wir runter zu dem Schacht, der mit Blättern und Erde bedeckt war. Wir hoben den Deckel, leuchteten mit Taschenlampen runter in das Loch und sahen etwas, das wie eine Tasche aussah. Meine Kollegen packten mich an den Armen und ließen mich runter. Dann sah ich eine Tasche, aus der ein verkohlter Arm herausragte. Eine Szene wie aus einem Horrorfilm, ein grauenhafter Anblick. Danach begannen wir, ihre anderen Freunde zu befragen und mit den Lehrern zu sprechen. Bullen an unserer Schule wären für mich und Adrienne kein großes Ding gewesen. Wir waren alle Rebellen in einer Schule voller Außenseite. Die Blackhawk Outreach war eine Schule für problematische Teenager, die sich ständig in Schwierigkeiten brachten und anderswo abgelehnt wurden. Hier war die Ausschussware, so eine Schule war das. An eine neue Schule zu kommen, kann beängstigend sein. Aber jetzt hatte ich das beliebteste Mädchen auf meiner Seite. Sarah und Adrienne wollten dasselbe, ein besseres Leben und die Schule überstehen. Sarah zeigte mir alle angesagten Orte. Ich dachte immer nur, wow, die coole Sarah Kolb hängt mit mir ab. Ich weiß, Schutzengel sind normalerweise nicht in schwarz gekleidet. Aber Sarah war eben anders. Die Mädchen kamen beide aus Problemfamilien. Als sie sich kennenlernten, genossen sie es einfach, sich über ihre Probleme auszutauschen. Sie telefonierten ständig miteinander. Sie hatten einfach viel gemeinsam. Sie hatten viel gemeinsam. Meine Familie wollte, dass ich neue Freunde finde. Aber ich schätze, Sarah war nicht gerade das, was sie sich vorgestellt hatten. Das erste Mal sahen wir Sarah, als sie Adrienne zu einer Party abholte. Sie war ganz in schwarz gekleidet. Mein Hund fing bei ihrem Anblick an zu knurren. Sarah war sarkastisch, launisch, großmäulig und manchmal auch rücksichtslos. Wie heißt es so schön? Man bekommt nur eine Chance für den ersten Eindruck. Die zwei waren total unterschiedlich. Adrienne war der natürliche Typ. Sie trug körperbetonte Sachen, mochte die Farbe rosa. Sie färbte sich nie die Haare schwarz, trug nie schwarzes Make-up. Sie sah aus wie ein ganz normaler Teenager. Sie sah aus wie eine typische Teenager. Bis sie mich traf. Als ich Adrienne kennenlernte, hatte sie keinen bestimmten Stil. Dann begann sie mit Sarah abzuhängen und ihr alles nachzumachen. Die Art, wie sie sich kleidete, die Musik, die sie hörte. Sie übernahm Sarahs Stil, weil sie von ihr akzeptiert werden wollte. Adrian wollte unbedingt zu der Clique dazugehören, also fing sie an, sich wie Sarah zu kleiden. Sie sahen sich extrem ähnlich. Sie trugen die gleichen Klamotten, das gleiche Make-up, den gleichen Nagellack. Wir hatten Adrienne verboten, sich ein Gesichtspiercing stechen zu lassen. Aber eines Tages kam sie mit einem Pflaster über der Augenbraue nach Hause. Ich wusste sofort, was das war. Mein Einfluss auf Adrian war offensichtlich. Wenn es bei Sarah funktionierte, warum dann nicht auch bei mir? Die Highschool ist ein einziger Machtkampf. Man will cool sein und mit den coolen abhängen. Adrian gefiel die Aufmerksamkeit, die sie plötzlich bekam. Klar, jeder will gemocht werden. Und sie war ein sehr geselliger Typ. Sie fand dort schnell viele neue Freunde. Mit Sicherheit gefiel ihr das. Adrian ist richtig aufgeblüht. Sie wurde selbstbewusster und wollte noch mehr Leute kennenlernen. Ich stellte Adrian meinen engsten Freunden vor. Auch meiner alten Flamme Corey. Sarah und Corey hingen außerhalb der Schule ständig miteinander rum. Wo sie hingingen, weiß ich nicht. In der Schule waren sie sowieso unzertrennlich. Sie saßen in jeder Pause zusammen. Morgens, mittags, in den Rauchpausen, immer. Nach der Schule habe ich oft mit Sarah und ein paar anderen Freunden abgehangen. Wir haben Gras geraucht, was getrunken, normaler Teenager-Kram. Corey und Sarah sind mal ein Paar gewesen. Aber auch als sie nicht mehr zusammen waren, hingen sie ständig miteinander rum. Man spürte ihre Verbindung, aber irgendwas kam dazwischen. Ich trat irgendwann auf die Bremse. Ich brauchte einfach meine Freiheit. Aber wir blieben Freunde. Sarah konnte Corey um den kleinen Finger wickeln. Er tat alles für sie. Corey war in Sarah verliebt, aber sie erwiderte das nicht. Nachdem Sarah und Adrian sich angefreundet hatten, stellte Sarah ihr auch Corey vor. Und die drei wurden gute Freunde. Und jetzt, wo Adrian dabei war, entwickelte ich neue Interessen. Ich wusste, dass Sarah ein bisschen in mich verknallt war und fand das okay. Es war aufregend. Es war neu. Es war Sarah. Sarah war offen bisexuell. Und Adrian machte deutlich, dass sie bereit war, sich auf ein bisexuelles Experiment mit Sarah einzulassen. Adrian wusste, dass ich auf sie stand. Aber sie schreckte nicht von mir zurück. Das gefiel mir. Ich glaube, Sarah wollte mit Adrian zusammen sein. Sie mochte sie. Adrian war ein hübsches Mädchen. Und Sarah wollte sie besser kennenlernen. Sarah war ein sehr, sehr neugieriger Mensch. Sie war auch neugierig auf Frauen, insbesondere auf Adrian. Adrian hatte diesen Südstaaten-Akzent. Und diese texanische, ich bin zu allem bereit, Art. Und das weckte Sarahs Interesse. Es gab Gerüchte, dass die beiden bereits rumgemacht hätten und Sarah Adrian testen wollte. Sie wollte herausfinden, ob Adrian wirklich mit ihr zusammen sein wollte. Ich küsse gern, aber ich plaudere nie Intimes aus. Sagen wir einfach, Sarah und ich sahen uns damals sehr oft und wir kamen uns näher. Sie waren einige Zeit lang ein Paar. Aber sobald sich Adrian in der Schule auch mit anderen wohlfühlte, beschloss sie, dass das nur ein Experiment war, das sie nun beenden wollte. Ich wusste nicht, wie ich es Sarah sagen sollte. Sie war ja auch meine beste Freundin. Es war nur so, dass die Jungs in der Schule mich jetzt bemerkten. Und ich sie auch. Adrian war sehr hübsch und hatte diesen Südstaaten-Akzent. Damit verdrehte sie allen Jungen den Kopf. Die Jungs standen auf sie. Aus Adrians Sicht waren sie noch immer gute Freundinnen und sie war Sarah dankbar, dass sie sie unter ihre Fittiche genommen hatte. Aber irgendwas hatte sich verändert. Adrian brauchte mich nicht mehr. Als ich sie an dem Wochenende zu einer Party einlud, wollte ich sie auf die Probe stellen. Eines Abends lud Sarah mich ein, mit ihr und Corey zum Partyhaus zu fahren. Klar sagte ich ja. Das Haus auf Rock Island war ein Ort, an dem wir uns oft trafen, um miteinander abzuhängen. Dort konnten wir tun, was wir wollten. Feiern, trinken, Rum machen. Hey, der ist süß. Okay, wir sehen uns später. Sowas eben. Manche tanzten, andere hockten in der Küche und tranken, andere machten oben miteinander rum. Wir waren einfach ein Haufen Teenager, die sich amüsieren wollten. Ich machte Adrian klar, dass ich ihr damit einen ganz besonderen Gefallen tat. Sie war bisher noch nie dorthin eingeladen worden. Sarah lud Adrian dorthin ein, weil sie mehr von ihr wollte als nur Freundschaft. Sie wollte mit Adrian zusammen sein. Bitte? Ich war mit niemandem zusammen, schon gar nicht mit Sarah. Adrian, Sarah und Corey fuhren zu dem Partyhaus, um dort Spaß zu haben, zu tanzen und Leute zu treffen. Aber dann fing Adrian an, sich mit einem Jungen zu unterhalten und das machte Sarah stinkwütend. Nach allem, was ich für sie getan hatte? Sie wusste doch genau, was ich für sie empfand. Wir hatten ein Haus auf Rock Island, wo unsere Clique sich regelmäßig traf, um Party zu machen. In der Nacht, als Sarah Adrian mitbrachte, waren auch jede Menge Jungs dort. Einige fanden Adrian attraktiv und irgendwann ging sie mit einem von ihnen nach oben. Das war der Moment, in dem die Probleme begannen. Sarah bedrohte Adrian dort mit einem Messer. Ich konnte nicht glauben, dass sie mich mit einem Messer bedrohte. Es war eine Party. Wir waren dort, um Spaß zu haben. Und sie macht sowas? Was hat sie sich dabei gedacht? Ich sag euch, was ich gedacht hab. Ich hab sie dorthin mitgenommen, damit sie mit mir zusammen ist. Nicht mit irgendeinem idiotischen Kerl. So behandelt man seine beste Freundin nicht. Nimm das Messer weg, Sarah. Sarah machte gern mal leere Drohungen. Sie sagte Sachen wie, wenn du mir keine Kippe gibst, verpasse ich dir eine. Aber wenn man ihr trotzdem keine Kippe gab, passierte gar nichts. Ich nahm Sarah nicht ernst. Komm, du wirst doch niemanden abstechen. Wir waren Teenager, niemand aus unserer Clique tat sowas. Sarah war sauer. Das war zu viel für sie. Und das war nur noch eine Sache. Wenn bei Teenagern etwas schiefläuft, fühlt sich das immer an wie das Ende der Welt. Solche Streitereien passieren ständig unter Teenagern. Niemand nimmt das ernst. Es ist nur ein Streit, was soll's. Naja, wenn jemand dir ein Messer vors Gesicht hält, nimmst du es ernst. Wenn Sarah glaubte, dass sie mich herumschubsen konnte, sollte sie sich lieber warm anziehen. Zu Hause in Texas war ich zwar nie diejenige, die einen Streit anfing, aber ich wusste, wie man ihn beendet. Sarah war eifersüchtig, als Adrian anfing, neue Freunde kennenzulernen und selbstständiger wurde. Sie wollte sich nicht mehr an Sarahs Anweisungen halten, was man wann tun sollte und damit begannen die Probleme. Sarah fand, dass sie diesem Mädchen geholfen hatte, indem sie sie der Clique vorstellte. Und jetzt wandte sich dieses Mädchen gegen sie. Als würde Adrian sagen, echt super von dir, dass du mir geholfen hast. Aber jetzt verpiss dich. Ich zieh mein eigenes Ding durch. Ich frage niemanden um Erlaubnis, wenn ich neue Freunde kennenlernen will. Und ganz bestimmt nicht Sarah. Apoir liebte Adrian die Aufmerksamkeit, die sie von allen bekam. Es gab einige Typen, die versuchten, sie ins Bett zu kriegen. Ständig hörte sie, oh Mann, ich find dich so süß, ich will mit dir schlafen. Das hätte jedem gefallen. Adrian wurde an der Schule immer beliebter und angesagter. Wo auch immer sie hinkam, Adrian wurde sofort umschwärmt. Hi, ich find dich cool. Du bist ja süß. Du hast einen Akzent. Wo kommst du her? Adrian wurde selbstständiger und suchte sich eigene Freunde. Sie brauchte Sarah nicht mehr. Es war Zeit, die Stützräder abzunehmen. Ich brauchte Sarahs Hilfe nicht mehr. Ich wollte wieder ins Partyhaus gehen. Und diesmal allein. Adrian fuhr noch einmal ins Partyhaus, weil dort ein Junge war, der sich für sie interessierte und sie näher kennenlernen wollte. Später hatte sie dann auf der Party mit diesem jungen Sex. Ich hatte nur nicht bedacht, wer noch auf der Party auftauchen könnte. Als Sarah kam, verhielt sie sich sehr feindselig. Man konnte sehen, dass sie extrem verletzt war. Ich weiß nicht, was über mich kam. Aber nach all dem, was ich für Adrian getan hatte, bin ich einfach ausgeflippt. Sie fing an, herumzubrüllen und Adrian zu beschimpfen. Was hatte Sarah für ein Problem? Ich konnte treffen, wen ich wollte. Das waren auch meine Freunde. Nein, es waren meine Freunde. Ich hatte Adrian hierher gebracht und allen vorgestellt. Wie konnte sie es wagen, mir das so unter die Nase zu reiben? Sarah war echt fies. Sie sagte Sachen wie, du verdienst nicht zu leben. Sie machte Adrian total runter, bis die schließlich weinend rauslief. Sarah rief mich an. Sie war angepisst, schrie rum und sagte Dinge, die ich noch nie von ihr gehört hatte. Also sagte ich, geh einfach. Oder sag Adrian, dass sie gehen soll. Wir wollen doch nicht, dass irgendwas Schlimmes passiert. Ihr seid doch Freunde. Cory war an dem Abend auch da. Er kam raus, um mich zu trösten. Für mich war er immer Sarahs Freund gewesen. Aber an diesem Abend war irgendetwas anders. Ich begann ihn auf eine ganz neue Art zu sehen. Adrian und ich hatten schon öfters zusammen abgehangen und die Chemie zwischen uns stimmte einfach. Cory ist sehr mitfühlend. Klar störte es ihn, wie Sarah mit der Situation umging. Sie hatte Adrian vor der gesamten Clique runtergemacht. Mit Cory an meiner Seite fühlte ich mich gleich viel stärker. Wenn Sarah es auf die harte Tour wollte, kein Problem. Mich würde sie nicht kleinkriegen. Nach diesem Vorfall war klar, dass zwischen Adrian und Sarah nichts mehr so wie vorher sein würde. Es ist außer Kontrolle geraten, weil es zwischen mehreren Leuten zu Missverständnissen kam. Und dann ist alles ganz schnell völlig schiefgelaufen. Ich hatte Adrian unter meine Fittiche genommen, als sie hier neu war. Jetzt hatte ich das Gefühl, dass sie mir in den Rücken fiel und versuchte, mein Revier zu übernehmen. Vielleicht war es früher ihr Revier, aber das war mal. Jetzt gab es ein neues Mädchen in der Stadt. Und da war ein spezieller Junge, auf den ich ein Auge geworfen hatte. Cory Gregory war ein Schulkamerad von Sarah und Adrian. Er war in Sarah verliebt, aber sie erwiderte seine Gefühle nicht. Cory und Adrian fingen an, sich hinter Sarahs Rücken Briefchen zuzustecken. Sarah hat Cory immer rumkommandiert. Ich sagte ihm, dass das jetzt vorbei ist. Er konnte jetzt mit mir abhängen. Cory rief mich an und erzählte, dass er mit Adrian ins Kino gegangen war. Sarah wusste nichts davon. Weder Adrian noch Cory hatten es ihr erzählt. Schwer zu sagen, ob es Adrian nur darum ging, Cory Sarah wegzunehmen, oder ob sie ihn wirklich mochte und einfach nicht wollte, dass Sarah ihr dabei im Weg stand. Natürlich fand Sarah es heraus. Aber er war ihr Ex. Wenn sie was dagegen hatte, dass ich Zeit mit ihm verbrachte, war das ihr Problem. Sarah war wütend. Sie fühlte sich von Cory betrogen. Vielleicht dachte sie auch, dass Adrian jetzt beliebter wird als sie. Sarah sagte den anderen, dass sie nicht mehr mit Adrian reden sollten. Sarah zog über Adrian her. Sie war nur noch am Lästern. Cory und ich konnten das nicht so weitergehen lassen. Es war höchste Zeit, dass Sarah endlich damit aufhörte, oder sie würde dafür bezahlen. Es verletzte Adrian, dass Sarah nicht mehr mit ihr befreundet sein wollte. Sarah hat eine sehr anziehende Persönlichkeit. Und Adrian wollte die Freundschaft mit ihr einfach nicht aufgeben. Punkt. Ich hatte seit Texas so viel erreicht. Dort war ich so wütend und einsam gewesen. Das durfte auf keinen Fall wieder passieren. Wenn Sarah ihr Verhalt nicht änderte, musste ich mir etwas einfallen lassen. Also beschloss ich, es mit einer Charme-Offensive zu versuchen. Sarah wollte nicht mehr mit ihr befreundet sein. Aber je mehr Sarah auf Abstand ging, desto mehr versuchte Adrian, sich wieder in ihr Leben zu dringen. Adrian fing an, Sarah Briefchen zu schreiben, in denen sie Sarah bat, lass uns wieder Freunde sein. Und sie rief ständig an. Sarah war davon total genervt. Sie wollte einfach nichts mehr mit ihr zu tun haben. Sarah, ich bin's, bitte. Adrian rief sie 20, 30 Mal am Tag an, obwohl Sarah nie ranging. Sie tauchte ständig auf Sarahs Arbeit auf oder sie schickte andere hin, die Sarah dann fragten, warum sie nicht mit Adrian sprechen wollte. Sarah war extrem genervt, dass jemand so aggressiv versuchte, sich in ihr Leben zu drängen. Ständig diese nervigen Anrufe und gruseligen Briefe. Wie ein Stalker. Ich wollte die Sache einfach ein für allemal klären. Und am Ende zahlte sich meine Hartnäckigkeit ja auch aus. Irgendwann fragte Sarah sie völlig unerwartet, hey, wollen wir zusammen Mittagessen? Sarah hatte mich angerufen und gefragt, ob ich einen guten Ort kenne, an dem sie das mit Adrian klären könnte. Genau darauf hatte ich gehofft und ich war bereit. Also gingen Adrian, Sarah und Corey gemeinsam Mittagessen. Es lag eine so große Spannung in der Luft, ich wusste, dass ihre Freundschaft vorbei war. Ich wusste, dass es zum Streit kommen würde. Aber ich hätte nie gedacht, dass es so enden würde. Sie fuhren zu einem Fastfood-Restaurant in der Stadt. Sie fuhren auf den Parkplatz und da passierte es dann. Es leben heute nur noch zwei Menschen, die genau wissen, was in dem Auto passiert ist. Ich möchte darüber nicht reden. Das, was damals in dem Auto geschehen ist, geht nur Sarah, Adrian und mich etwas an. Nachdem die Schule aus war, lud Sarah Adrian zum Mittagessen ein. Sie sagte, lass uns darüber reden und versuchen, den Streit beizulegen. Also stiegen Adrian, Sarah und Corey in das Auto. Als ich ins Auto stieg, hatte ich keine Ahnung, was passieren würde. Irgendwann kam das Gespräch darauf, dass Adrian und ich am Mittwoch miteinander ausgegangen waren. Dann wurde aus dem Gespräch langsam ein Streit. Sarah hatte gerade erfahren, dass Adrian und Corey zwei Tage zuvor in einem Van rumgemacht hatten. Adrian kannte meine Vorgeschichte mit Corey. So was tut man einer Freundin nicht an. Sarah hatte weder die Macht noch das Recht, Corey und mir zu sagen, was wir tun sollten. Nur weil Sarah Corey nicht wollte, sollte das bedeuten, dass ich ihn auch nicht haben durfte? Höchste Zeit, das endlich zu beenden. Das war alles kalkuliert. Sie hätte wohl wegen jeder Kleinigkeit einen Streit angefangen. Sobald sie auf dem Parkplatz waren, ging es los. Du kannst nicht alles haben, weder mein Leben noch meinen Stil. Sarah begann, Adrian zu schlagen und zu beschimpfen. Sarah packte Adrians Haare, riss ihren Kopf herum und sagte, du hältst dich von ihm fern. Lass die Finger von ihm. Warum tat Sarah das? Wieso hat Corey nicht eingegriffen? Die Spannungen waren so groß geworden. Mir schien es am besten, sie das einfach auskämpfen zu lassen, damit sie die Sache endlich hinter sich bringen. Adrian wehrte sich und schlug Sarah auf die Nase. Dann ging Corey dazwischen, um seiner Freundin Sarah zu helfen. Er packte Adrians Arme, dann legten sie einen Gürtel um Adrians Hals. Corey hielt mich fest. Ich konnte es einfach nicht glauben. Er sollte doch auf meiner Seite sein. Corey war eindeutig auf Sarahs Seite. Auch wenn er eine Beziehung mit Adrian hatte und sie vielleicht wirklich mochte, seine Loyalität galt Sarah Colt. Ich bin immer auf Sarahs Seite. Wir wissen nicht genau, was in dem Auto geschah. Wir wissen nur, dass Corey und Sarah Adrian attackierten und wirkten. Entweder bis sie das Bewusstsein verlor oder bis sie tot war. Und dann war es plötzlich vorbei. Man rechnet doch nicht damit, dass ein Zweikampf so schlimm ausgeht. Niemand würde bei einem Kampf ohne Waffen denken, dass jemand dabei stirbt. Corey hätte es verhindern können, aber er tat es nicht, weil es um Sarah ging. Mein Albtraum war vorbei. Ihre hatte gerade erst begonnen. Nachdem Sarah begriffen hatte, was passiert war und dass Adrian tot war, fing sie an zu weinen. Sie konnte es einfach nicht fassen. Sie bekam einen Nervenzusammenbruch. Sie war völlig fertig und kam überhaupt nicht damit klar. Ich konnte nicht glauben, dass das passiert war, dass wir das getan hatten. Was sollte ich als nächstes tun? Ich wollte es nur ungeschehen machen. Nachdem Corey Gregory und Sarah Colt Adrian im Auto ermordet hatten, bekamen sie Panik. Sie fuhren raus zu einer Farm, wickelten die Leiche in eine Plane, schütteten Benzin darüber und zündeten sie an. Sie dachten wohl, dass die Leiche einfach wie im Fernsehen zu Asche verbrennen würde. Aber so läuft das nicht. Sie mussten nochmal los, um mehr Benzin zu besorgen und versuchten es dann erneut. Als sie merkten, dass sie die Leiche so nicht los wurden, zerstückelten sie sie. Sie packten einige Leichenteile in eine Tasche und entsorgten sie im Park, in der Hoffnung, dass man sie nie finden würde. Als sie nach der Schule nicht nach Hause kam, wusste ich gleich, dass etwas nicht stimmte. Es war Freitag. An dem Tag arbeitete sie immer in einem Fastfood-Laden. Als die anriefen und sagten, dass sie nicht erschienen sei, dachte ich, irgendetwas stimmt hier nicht. Ich ging in ihr Zimmer und als ich dort ihre Arbeitsuniform fand, war mir klar, dass sie nicht zu Hause gewesen war. Gegen halb acht an jenem Abend war ich mir dann sicher, dass etwas passiert sein musste. Adrian Reynolds galt als vermisst. Die Nachrichten waren voll damit. Das war eine Riesensache. Jeder von uns fragte sich, oh mein Gott, was ist da nur passiert? Das hat uns alle total mitgenommen. Diese spezielle Schule verlangt von ihren Schülern, ein Tagebuch zu führen, das sie am Ende jedes Tages ihren Lehrern übergeben müssen. Also nahmen wir uns die Tagebücher von ihr und ihren Freunden vor, um nach Hinweisen zu suchen. Ich brauche Urlaub, sonst tue ich noch jemandem weh oder mir selbst. Das Ganze war geplant. Sarah hatte in ihrem Tagebuch alles genau beschrieben. Dass sie Adrian zum Mittagessen einladen würde, aber das nur ein Trick sei, um sie glauben zu lassen, dass alles wieder gut wird und sie wieder Freunde sein könnten. Und genau so geschah es dann. Sie fuhren gemeinsam Mittagessen und dann lief alles aus dem Ruder. Corey würde alles für mich tun, aber das war zu viel für ihn. Corey Gregory bekam ein schlechtes Gewissen. Er konnte nicht mehr schlafen und nicht aufhören zu weinen. Als sein Dad ihn fragte, was los sei, erzählte er ihm irgendwann alles. Dann gingen sie zur Polizei und sagten, dass sie einen Anwalt bräuchten. Einer der Verdächtigen kam aufs Revier und gestand, dass er an... Ich denke, dass Sarah es tat, um Corey und um allen anderen zu zeigen, dass sie die Macht und das Sagen hatte. Wahrscheinlich dachte sie wirklich, dass die Welt sich nur um sie drehen würde. Sarah wollte Corey dabei haben, um ihm klarzumachen, das hast du dir selbst zuzuschreiben, weil du mir in den Rücken gefallen bist und mit einem anderen Mädchen zusammen warst. Jetzt wirst du sehen, was passiert, wenn du mich betrügst. Es ging um Macht und Kontrolle. Darum, die Leute wissen zu lassen, dass schlimme Dinge passieren, wenn man Sarah Kolb in die Quere kommt. Für mich war der eindrücklichste Moment, als ich Sarah auf ihrem Handy anrief und ihre Mutter dranging und sagte, du wirst von Sarah sehr lange nichts mehr hören. Mein Leben ist vorbei. Aber die Erinnerung an mich lebt weiter. Mein Daddy schreibt mir manchmal sogar Gedichte. Du hast mit dem Blatt gespielt, das dir ausgeteilt wurde. Und auch wenn es nicht gut war, du hast daran festgehalten und dein Bestes versucht. Dein Blatt machte dich zu meiner Tochter. Meines mich zu deinem Vater. Und egal, wie das Spiel am Ende ausging, du bist das beste Blatt, das sich je in der Hand hält. Alphonse und Brittany waren wie Geschwister. Von wegen Jungs und Mädchen können nicht befreundet sein. Mein bester Freund war ein tolles Mädchen. Die Clique war groß. Alphonse und Brittany waren ständig mit ihnen unterwegs. Sie vertrauten sich blind. Er nahm sich zu viel heraus. Das war ein Problem. Das war ein verzweifelter Hilferuf. Wenn eine Waffe in falsche Hände gerät, kann viel schief gehen. Notrufzentrale. Wie kann ich Ihnen helfen? Der Notruf ging um 20.38 Uhr bei uns ein. Verstanden. Panische Hilfeschrei. Der Anrufer sagte, zwei Personen seien angeschossen worden. Vor Ort konnten wir Beweise sicherstellen. Darunter Patronenhülsen. Der Schlüsselbund steckte noch im Türschloss. Vermutlich ein Überfall aus dem Hinterhalt. Ein Opfer war bei Bewusstsein. Das zweite schien tot zu sein. Freundschaft ist harte Arbeit. Auch wir mussten kämpfen. Aber nie hätte ich gedacht, dass es so enden würde. Die beiden waren beste Freunde. Sie waren unzertrennlich. Doch ab einem bestimmten Punkt lief plötzlich alles aus dem Ruder. Alles. Einer befand sich zur falschen Zeit am falschen Ort und bezahlte mit seinem Leben dafür. Das hätte ich nie im Leben für möglich gehalten. Niemals. Es ist unfassbar. Vor allem, wenn ich daran zurückdenke, wie toll alles begonnen hat. Ich lebte damals mit meiner Mutter in San Jose in Kalifornien. Sie passte auf mich auf und ich auf sie. Seine Mutter war schwer krank. Sie litt an der Autoimmunkrankheit Lupus, an Diabetes und den Folgeerscheinungen. Schon als junger Teenager musste Alphons mehrmals den Krankenwagen rufen, weil er seine Mutter im Koma vorgefunden hatte. Ich glaube, dass er wegen dieser Erlebnisse sehr fürsorglich mit Frauen umging und sensibel auf sie reagierte. Der ganze Großstadt-Trubel war einfach zu viel für meine Mom. Also zogen wir kurzerhand aufs Land nach Lodi. Alphons war elf oder zwölf, als er nach Lodi zog. Es war eine große Umstellung für ihn. Dort tickten die Ohren langsamer. Lodi liegt inmitten von Weinbergen. Es ist eine ländliche Gegend mit kleinen Gemeinden. Weinberge ohne Ende, unendliche Weite und Langeweile. Ich freundete mich zuerst mit Evan an. Evan und Alphons wohnten im selben Gebäude und wurden Freunde. Evan kam aus einer zerrütteten Familie. Alphons war quasi sein Beschützer. Er brachte Evan oft zum Essen mit nach Hause. Als ihn seine Mutter mal fragte, wo denn seine neuen Schuhe wären, sagte er, ich habe sie Evan gegeben, seine waren kaputt. Oder meine Ake? Mom, die hat jetzt Evan. Er ist erkältet und hat doch keine eigene. In der Mittelstufe waren wir unzertrennlich. Alphons war sehr beliebt. Wir gingen gerne mit ihm weg. Bei ihm zu Hause trafen sich sämtliche Kids aus der Nachbarschaft. Dort machten sie ihre Hausaufgaben, sahen fern und blieben sogar über Nacht. Sein Zuhause war der Treffpunkt. Als wir auf die Highschool kamen, verloren wir uns aus den Augen. Wir waren schließlich keine Kinder mehr. Ich gewann neue Freunde. Ich hätte nie gedacht, dass Evan nochmal eine entscheidende Rolle in meinem Leben spielen würde. Gemeinsam mit Brittany. Ich war durch und durch ein California Girl. Süß, lieb und eine Göre. Brittany war rothaarig, schlank und hatte statt des typischen braunen Törns Sommersprossen. Sie war so hübsch und dabei ein richtiger Wildfang. Brittany war herrlich verrückt. Sie war sehr offen und liebte ihre Familie über alles. Ihre Geschwister waren ihr Leben. Brittany war immer gut gelaunt und alberte gerne herum. Sie wuchs mit einer Schar von lauten Tanten auf und lernte früh, ihre Meinung zu sagen. Sport war ihr Ding. Sie war kein kleines Fräulein. In der siebten Klasse steckte ihre Mutter sie zu den Cheerleadern. Brittany ist ein einziges Mal mit ihnen aufgetreten. Und dann hat sie alles hingeschmissen. Das war einfach nichts für sie. Sie liebte Softball. Sie mochte auch andere Sportarten, aber Softball war ihr Lieblingssport. Als ich auf die Highschool kam, wollte ich allen zeigen, was ich konnte. Sie war immer auf einer Privatschule gewesen. Aber in der achten Klasse wechselte sie an eine öffentliche Schule, weil sie dort Softball anboten. Vielleicht war sie anfangs nervös, aber ihr Selbstvertrauen machte das Wett. Sport war mein Lieblingsfach. So traf ich auch Alphonse. Wir hatten freitags gemeinsam mit einer anderen Klasse Sport und spielten immer Völkerball. Allen war klar, dass ich dann in meinem Element war. Sie war ehrgeizig. Sie war nicht unbedingt eine schlechte Verliererin. Sie hat einfach gerne gewonnen. Alphonse spielte Football. Er war sehr sportlich. Er war ein naturaler. Dieses Mädchen war der Hammer. Aber ich gab nicht klein bei. Mein Dad hat mir beigebracht, nie aufzugeben und sich jedem zu stellen. Ihr Dad hat oft spielerisch mit ihr gerangelt. Sie nannten das Kampfzeit. Das hat sie geprägt. Ich wusste, worauf es ankommt. Ich nahm Alphonse ins Visier und schoss ihn ab. An dem Tag hat sie sich meinen Respekt verdient. Außerdem war sie witzig und umgänglich. Sie kam mit Jungs besser zurecht. Vielleicht, weil sie so sportlich war. Dieses mädchenhafte Getue mochte sie nicht. Kann sein, dass sie deshalb mit Jungs besser klarkam. Erfans und ich hatten genau dieselbe Wellenlänge. Sie hingen ständig gemeinsam ab. Sie hatten viel Spaß zusammen. Was für ein Gespann. Das war Freundschaft auf den ersten Blick. Die beiden hatten sich wirklich gefunden. Wir haben Zukunftspläne geschmiedet. Die Schule war ihr sehr wichtig. Sie wollte Geburtshelferin werden. Alphonse wollte Filmproduzent werden. Da seine Mutter oft ans Bett gefesselt war, sahen sie sich stundenlang Filme an. Die beiden kannten jeden Film. Immer wenn ich mit Alphonse Zeit verbrachte, fühlte sich das Leben wie ein toller Film an. Doch nicht jeder Film hat ein Happy End. Jeder Mensch kann sich gegen dich wenden. Auch ein guter Freund, dem man lange vertraut hat. Einfach jeder. Der Tatort liegt direkt am Freeway. Es gibt dort kaum Straßenbeleuchtung. Es ist also sehr dunkel. Und auch recht laut. Wenn sich da jemand von hinten anschleicht, hört man ihn nicht. Das Opfer, das überlebt hatte, sagte mir, dass sie von einem unbekannten Hinterrücks angefallen wurden. Er trug eine Sturmhaube und war dunkel gekleidet. Weitere Anhaltspunkte gab es nicht. Entscheidende Hinweise erhielt ich aus den Verbindungsnachweisen verschiedener Handys. Daraus war für uns ersichtlich, wer sich zum Zeitpunkt der Tat am Haus des Opfers aufgehalten hatte. Alphons und ich schickten uns ständig SMS, um uns zu verabreden. Alphons war oft bei uns. Wenn wir nach Hause kamen und Gelächter hörten, wussten wir, dass er da war. Alphons trug Britannys Bruder Huckepack durchs Haus. Sie waren super Freunde. Ich liebte meine Familie, aber Britannys Familie war ein Traum. Alphons ist ziemlich auf sich gestellt aufgewachsen. Bei Brittany war das anders. Wenn ich mit Brittany zusammen war, war nichts unmöglich. Was für eine schöne Freundschaft. Wir waren alle gespannt, was daraus mal werden würde. Schon klar, dass alle dachten, wir hätten was miteinander. Ich glaube, wirklich rein platonische Freundschaften gibt es zwischen Teenager nicht. Die Hormone funken dazwischen. Alphons und ich konnten dazu nur die Augen verdrehen. Für Brittany war er nun mal ihr bester Freund. Brittany wollte nie mehr. Er war nicht ihr Typ. Alphons und Brittany waren wie Geschwister. Alphons ist mit einer Horde Cousinen und Tanten aufgewachsen. Brittany war für ihn wie eine kleine Schwester. Außerdem war Brittany ja nicht das einzige Mädchen in Lodi. Er hatte viele Freunde. Er war ein Möchtegern-Aufreißer und flirtete mit jeder. Alphons wusste, wo die besten Partys stiegen. Man brauchte ihn nur zu fragen. Er wusste Bescheid. Am Wochenende feierten wir oft außerhalb der Stadt am Lagerfeuer. Wir trafen uns am Lagerfeuer, tranken etwas, hörten Musik und hatten einfach unseren Spaß. Offene Feuer waren aber verboten. Wir mussten sofort abhauen, wenn die Polizei anrückte. Es war nicht ganz ungefährlich. Das Risiko machte es doch gerade erst spannend. Obwohl meine Brittany es manchmal zu weit trieb. Lodi hat nicht viel zu bieten. Da kommen Jugendliche leicht auf dumme Gedanken. Viele experimentieren schon früh mit Drogen und Alkohol. Ich war kein Engel. Aber ich konnte auf mich aufpassen, auch wenn Alphons das nicht glaubte. Er passte immer auf sie auf. Er wollte nicht, dass ihr etwas zustößt. Sie war so unschuldig, wollte aber so erwachsen wirken. Sie kannte die dunkle Seite von Lodi nicht, im Gegensatz zu mir. Lodi ist eine verschlafene Kleinstadt nahe Stockton, die eine hohe Kriminalitätshörte aufweist. Wir haben das optimale Klima für den Anbau von Marihuana. Damit lässt sich viel Geld machen. Ich möchte am liebsten vergessen, dass ich auch mal ein bisschen gedealt habe. Nur wenige wussten, dass er mit Gras gedealt hatte. Alphons hat wohl ein bisschen herumexperimentiert, aber sich nie darauf eingelassen. Ich glaube, er hat ein paar Leuten einen Freundschaftsdienst erwiesen. Mehr nicht. Evan und ich wollten ein bisschen auf Gangster machen. Das war längst vorbei, als ich Brittany traf. Ich wollte was aus meinem Leben machen. Alphons hat mich wohl deshalb umso mehr beschützt. Ich war etwas jünger als er. Er war so stolz auf mich, als ich meinen Abschluss gemacht habe. Brittany studierte danach an der Uni und sie arbeitete in Lodi. Sie wollte Geburtshelferin werden. Sie liebte Babys und wollte im Kreißsaal arbeiten. Alphons jobbte als Gabelstaplerfahrer. Und er studierte Film am Community College. Er wollte Filmproduzent werden. Wir schworen uns, dass sich nichts zwischen uns ändern würde. Zunächst klappte das auch. Unter der Woche arbeiteten und studierten wir, aber das Wochenende gehörte uns. Sie war so umgänglich. Man war gerne mit ihr zusammen. Sie war der Mittelpunkt jeder Party. Sie war witzig und sarkastisch. Einfach toll. Brittany war Schwester und Freundin in einem. Wir hatten eine ganz besondere Beziehung. Das wäre wohl so geblieben, hätte nicht ein Freund aus meiner Vergangenheit dazwischen gefunkt. Evan. Evan war witzig. Man konnte richtig gut mit ihm feiern und er hatte einen tollen Musikgeschmack. Als ich Evan traf, meinte ich zu Alphons, wo hast du denn den so lange versteckt gehalten? Sie war verrückt nach ihm. Er sah gut aus und hatte eine witzige Art. Das mochte sie. Unglaublich, dass ein so toller Kerl auf mich stand. Evan und Brittany quatschten miteinander. Eins führte zum anderen. Sie wurden ein Paar. Die beiden haben sich einfach ineinander verliebt. Eines Tages rief sie mich an und erzählte mir, dass Evan sie gefragt hatte, ob sie mit ihm gehen wollte. Sie hatte Ja gesagt. Brittany kannte den Typen ja gar nicht. Evan und Alphons kannten sich schon sehr lange. Sie haben sich mal sehr nahe gestanden. Sie hatten viel gemeinsam und haben sich gut verstanden. Evan war ein Teil meiner Vergangenheit, den ich hinter mir lassen wollte. Er war niemand, den ich für meine beste Freundin ausgesucht hätte. Ich glaube, Alphons wollte Evan nicht in Brittany's Nähe sehen. Er dachte, dass sie was Besseres verdient hätte. War ich denn die Einzige, die sah, wie toll Evan war? Alle anderen schienen mich vor ihm warnen zu wollen. Brittany und ich waren immer eng befreundet gewesen. Kaum war sie Evans Freundin, veräppte das. Evan ließ nichts anbrennen. Er hat sogar mich angebaggert. Ich meinte, dir ist schon klar, dass ich Brittany's Cousine bin, oder? Er, na und? Es war ihm total egal. Er war nichts für sie. Ich weiß nicht, was sie an ihm gefunden hat. Sie hat alles gegeben. Er hat immer nur genommen. Alle mischten sich ein. Vielleicht bin ich nicht nur aus Liebe mit Evan zusammengeblieben, sondern auch aus Stolz. Sie tat, was jedes junge, verliebte Mädchen getan hätte. Sie verdrängte es. Sie wollte einfach nicht darüber nachdenken. Ich gab nichts auf die Gerüchte. Falls sie aber stimmten, sollte er dafür gerade stehen. Ich weiß noch, wie wir einmal ein Video zurückbrachten. Auf dem Parkplatz stand Evan mit einem anderen Mädchen. Brittany sind die Tränen in die Augen geschossen. Es war nicht leicht für sie. Brittany machte ein paar Mal Schluss mit ihm. Es reichte ihr zwar, aber sie liebte ihn immer noch. Ich liebte ihn immer noch. Als ich mit Evan Schluss gemacht hatte, bin ich sofort zu meinem besten Freund gegangen. Menschen treffen falsche Entscheidungen. So war es auch hier. Ich sagte ihr, dass wir gemeinsam durch dick und dünn gehen. Und dass ich jetzt umso mehr für sie da sein würde. Nach der Highschool haben wir den ganzen Sommer in den Weinbergen gefeiert. Ich habe mal eine Führung durch die Weinberge gemacht. Der Fremdenführer sagte, wenn man die Früchte nicht rechtzeitig erntet, verderben sie. Als Brittany und Evan Schluss machten, weinte sie sich an Alphons Schulter aus. Ich wollte ihn doch nur glücklich machen. Lass ihn ziehen. Alphons nutzte die Situation für einen Annäherungsversuch. Das gefiel ihr gar nicht. Bleib. Ich muss gehen. Ich dachte, du wolltest das. Nein. Brittany hatte sich gerade von Evan getrennt. Sie brauchte einen richtig guten Freund. Und Alphons überrumpelte sie einfach. Das war herzlos. Ein echter Freund hätte diese Situation nicht so ausgenutzt. Ich hatte die Chance für deine Emotionen. Damals wussten wir es noch nicht, aber ab diesem Abend sollte alles den Bach runtergehen. Brittany mochte ihn als Freund, aber mehr war da nicht. Er mochte sie wohl einen Tick mehr. Alphons war zwar jedem gegenüber nett, aber es war offensichtlich, dass sie für ihn etwas Besonderes war. Fakt ist, dass ich bis zu ihrem Streit mit Evan selbst nicht wusste, wie viel mehr an ihr lag. War ich die ganze Zeit verliebt gewesen und hatte es nicht gewusst? Er wurde eifersüchtig. Ich habe so oft von anderen gehört, wie sehr Alphons Brittany mochte, wie er sich um sie sorgte. Er sprach immer davon, sie beschützen zu wollen. Ich brauchte doch keinen Beschützer. Mag sein, dass Evan nicht perfekt war, aber er hatte eine zweite Chance verdient. Evan war ein Mistkerl. Aber er war ihre erste Liebe. Also blieb sie. Ich kannte Evan genau. Er brauchte bloß ein bisschen Hilfe, um ein besserer Mensch zu werden. Brittany fand es komisch, dass er einfach so in den Tag hinein lebte. Sie wollte ihm zeigen, dass man im Leben Ziele braucht. Ich sagte Erfons, dass wir Freunde bleiben. So eine lange und innige Freundschaft gibt man nicht einfach auf. Wir feierten immer noch zusammen. Aber nur noch am Wochenende. Wenn wir zusammen abhingen, taten wir so, als ob nie etwas passiert wäre. Aber unsere Freundschaft war nicht mehr dieselbe. Ich glaube, dass Brittany den Vorfall bestimmt vergessen hätte. Sie verbrachte generell weniger Zeit mit ihren Freunden und konzentrierte sich auf Evan. Plötzlich investiert man mehr Zeit in die Beziehung als in eine Freundschaft. Genau das ist passiert. Alphonse gefiel das nicht. Er war eifersüchtig. Er wollte sie ganz für sich. Alphonse mochte sie sehr. Er wollte, dass sie seine Freundin wird. Das war allen klar. Im Ernst, langsam ging mir Alphonse echt auf den Geist. Wir lebten uns einfach auseinander. Sie wollte nichts mehr von ihm wissen. Kein Streit, keine bösen Worte. Sie distanzierte sich einfach. Brittany entschied sich für Evan und gegen die Freundschaft. Alphonse fühlte sich wohl wie ein Ausgestoßener. Brittany und Evan lebten in ihrer eigenen Welt. Sie sonderten sich ab. Wenn wir zusammensaßen, wollte Evan nicht mal dabei sein. Aber Brittany hielt an der Beziehung fest. Sie wollte mit Evan zusammen sein. Ehrlich, sie fehlte mir. Ich lenkte mich ab und traf mich wieder mit meinem Cousin Robert. Ihm blieb nichts anderes übrig, als wieder sein Leben zu leben. Robert sagte, dass ich sie vergessen sollte. Aber ich wollte mich rächen. Dann kam mir eine Idee. Alphonse brach bei Evan ein und stahl ihm von jedem Paar Schuhe einen Schuh. So ein Unsinn, bei jemandem einzubrechen und jeweils einen Schuh zu klauen. Manche verstehen einfach keinen Spaß. Evan wusste, dass er das war. Aber das war Alphonse egal. Er verfolgte Evan regelrecht. Diese Streiche waren einfach kindisch. Echt lächerlich. Alphonse merkte gar nicht, dass niemand das witzig fand. Das Leben war wunderschön. Aber kaum hatten wir den Abschluss in der Tasche, veränderte sich alles. Besonders unsere Freundschaft. Vieles hatte sich geändert. Ich fragte mich, ob es jemals wieder so sein würde wie früher. Das war eine tolle Freundschaft. Sie schienen wie füreinander geschaffen. Nie im Leben hätte ich das für möglich gehalten. Ich dachte, die beiden bleiben ihr Leben lang befreundet. Nach seinem Streich dachte ich anders über Alphonse. Brittany nahm es persönlich, dass er ihren Freund bestohlen hatte. Es war, als hätte Alphonse sie hintergangen und beleidigt. Die alte Brittany hätte sich kaputt gelacht. Die neue Brittany brach den Kontakt ab. Seit dieser Sache tickte Evan jedes Mal aus, wenn ich eine SMS von Alphonse bekam. Evan konnte kein gutes Haar an der Freundschaft der beiden lassen. Evan hatte Britannys Handy ausspioniert und alle SMS gelesen. Danach flippte er völlig aus. Brittany und Evan stritten oft. Er war eifersüchtig. In ihrer Beziehung kriselte es immer mehr. Es war schwer für sie. Alphonse und Evan mochten sich nicht. Und Brittany stand genau in der Schusslinie. Alphonse hat einfach nicht verstanden, dass seine Angriffe auf Evan mich genauso trafen. Brittany hatte Alphonse bis zu seinem Zoff mit Evan als ihren besten Freund betrachtet. Danach wandte sie sich von ihm ab und kündigte ihm die Freundschaft. Brittany war stinksauer. Sie hasste Alphonse geradezu. Keine Spur mehr von Freundschaft. Wie kaltblütig. Ich erzählte Robert, dass es mir egal war. Aber das stimmte nicht. Er begriff es erst, als sie nicht mehr mit ihm sprach. Es herrschte eine feindselige Atmosphäre. Ich brauchte Alphonse nicht. Evan und ich hatten uns gefunden. Für immer. Die beiden wollten heiraten. Es war ihnen ernst damit. Sehr ernst. Wir hatten die Garage zu einer kleinen Wohnung ausgebaut. Dort sollte sie ungestört für ihr Studium lernen können. Doch dann kam Evan immer öfter, blieb immer häufiger über Nacht und plötzlich wohnte er dort. Mein Leben hätte perfekt sein können. Ich jobbte, studierte und wohnte mit meinem Freund zusammen. Doch manche Tage waren hart. Oft kam sie erst um 11 Uhr abends heim und kochte dann noch, während er nur zu Hause rumsaß. Das war nicht leicht mit anzusehen. Da hatte ich mich ein Leben lang darauf gefreut, erwachsen zu werden. Und jetzt das? Sollte meine ganze Zukunft so aussehen? Sie hat viel gearbeitet, um ihr Ziel zu erreichen. Das Studium und die Arbeit haben sie sehr vereinnahmt. Ich habe so hart gearbeitet, da blieb keine Zeit, um über die Vergangenheit nachzudenken. Selbst wenn ich es gewollt hätte. Während Brittany zielstrebig arbeitete, ging Evan seine eigenen Wege. Nach der Highschool dealte Evan. Alphonse wusste genau, worauf sich Evan da eingelassen hatte. Ich habe früher selbst mal ein wenig gedealt, aber Evan machte das jetzt im großen Stil. Manchmal zog der Geruch durch das ganze Haus und es roch nicht bloß nach ein bisschen Gras. Ich habe beiden klargemacht, dass ich Evans Geschäfte in meinem Haus nicht duldete. Evan kümmerte das wenig. Wir waren doch keine Kinder mehr. Es war unsere Wohnung, unser Leben. Evan baute eine Sicherheitstür ein. Er war sehr vorsichtig. Er war ein Dealer. Er hatte sich auf ein gefährliches Spiel eingelassen und er zog Brittany damit rein. Es war allgemein bekannt, dass Evan Carraway erfolgreich mit Marihuana dealte. Angeblich hatte er rund 60.000 Dollar Bargeld im Haus. Und er versteckte wohl auch Geld in einer anderen Wohnung. Alphonse wollte Brittany nicht darin verwickelt wissen. Sie hatte etwas Besseres verdient. Stattdessen fuhr sie Evan zu seinen Kunden. Alphonse gefiel keiner der Orte, an denen er seine Geschäfte tätigte. Sie hatte ja keine Ahnung, worauf sie sich da einließ. Irgendjemand musste sie vor Evan retten. Alphonse war so eifersüchtig, dass er leicht was Dummes anstellen konnte. Aber Evan und ich hüteten uns vor ihm. Brittany und Evan waren regelrecht paranoid. Ihre Familie und Freunde wussten das. Die beiden benahmen sich total merkwürdig. Ich fragte mich, was sie wohl im Schilde führten. Sie wurden beschattet. Das haben die sichergestellten Handys der Täter belegt. Die Täter haben auf eine günstige Gelegenheit gewartet. In jener Nacht ging ihr Plan auf und wurde in die Tat umgesetzt. Mein Cousin Robert und ich waren an dem Abend ebenfalls unterwegs. Wir hatten keine Ahnung, was für eine Bescherung uns erwartete. Am 18. November 2009 bot sich den Tätern die perfekte Gelegenheit. Es war etwa 20.30 Uhr. Die Opfer erreichten den Tatort und liefen im Dunkeln zu ihrer Haustür. Wenn eine Waffe in falsche Hände gerät, kann viel schief gehen. Brittany und ich wollten ewig Freunde bleiben. Aber das Leben meint es nicht immer gut mit einem. Wir wissen, dass die Täter ihre Opfer beschattet und auf diese Gelegenheit gewartet hatten. Könnte ich doch bloß die Zeit zurückdrehen, hätte ich gewusst, was uns erwartet, wären wir an diesem Abend zu Hause geblieben. Brittany und Evan kamen vom Einkaufen zurück. Alphonse wartete im Auto auf sie. Brittany hatte mich seit Wochen gemieden. Ich wollte ihr zeigen, dass sie mich nicht so behandeln konnte. Sie hatten es auf Evan abgesehen, nicht auf Brittany. Brittany war ein unschuldiges Opfer, das zufällig im Weg stand. Sie wollten ihn ausrauben. Angeblich stand in der Wohnung ein Safe voller Geld. Evan sollte sie reinlassen und ihnen das Geld aushändigen. Sie hatten eine Waffe. Doch nicht Alphonse trug sie. Ihn hätten wir erkannt. Ein Wagen fuhr in die Einfahrt. Die beiden Opfer stiegen aus und gingen zum Haus. Als sie dabei waren, die Tür aufzuschließen, wurden sie von einem Unbekannten mit einer Waffe bedroht. Er trug eine Sturmhaube. Evan sah ihn und die Waffe zuerst. Brittany begann zu schreien, woraufhin Robert schoss. Wir hörten fünf Schüsse. Peng, peng, peng. Sie kamen ganz aus der Nähe. Plötzlich stürmte Evan durch die Hintertür rein. Evan wurde am Bein getroffen und konnte entkommen. Brittany nicht. Wir hatten gerade Besuch. Der Mann meiner Freundin ging nach draußen. Er fand Brittany. 911, was ist die Waffe? Ich habe mich犯ert. Achtung. Eine Leute hier sind. Die haben meine Freundin. Nein! Nein! Nein, nein! Ich habe mein Freund gehört an sie! Sie hat geboten! Wir haben gerade einen Bein getroffen! Okay, wer in die Hand schießt? Es ist schundig, es ist schundig, ich habe eine sehr gute Idee! Nein! 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 noch atmete, aber sie starb so schnell. So war das nicht geplant gewesen. Mit den Schüssen ist alles außer Kontrolle geraten. Nach ein paar Sekunden war mein Leben vorbei. Alphons hatte zwar nicht selbst geschossen, aber er ist dabei gewesen. Ich hatte so ein Gefühl, dass es nur Alphons gewesen sein konnte. Ein paar anderen ging es genauso. Eifersucht ist schrecklich. Sie kann alles zerstören und hinterlässt nichts als Asche. Im Fall von Brittany und Alphons ging es um Eifersucht. Man will etwas, das einem anderen gehört. Die Dinge laufen aus dem Ruder, Gefühle überwältigen einen und man tickt aus. Ich glaube, das ist Alphons passiert. Evan sollte alles verlieren. Alphons wollte ihm sein Geld und alles andere nehmen. Alphons wollte Evan ausrauben und demütigen. Er wollte Evan eine Lektion erteilen. Er war der King, nicht Evan. Letztendlich ich nahm Alphons Evan nur eins weg. Mich. Wenn Alphons meine Cousine so sehr mochte, warum hat er dann nicht alles abgeblasen, als er sah, dass Brittany dabei war? Dann würde sie noch leben. Er hatte das alles monatelang geplant. Alphons ist für Brittany's Tod voll verantwortlich. Er hatte diesen Plan ausgeheckt. Robert kannte Evan ja nicht einmal. Aber Alphons hasste Evan über alles. Er ist dafür verantwortlich. Vor dem Gesetz ist Alphons an meinem Tod so schuldig, als hätte er selbst geschossen. Seine Nachrichten an Robert belegen, dass Alphons vorhatte, Evan safe auszurauben. Darunter waren Nachrichten, in denen es hieß, heute hätten wir es tun können. Sie haben Evan kontinuierlich beschattet. Sie haben nur auf den richtigen Moment gewartet. Wir verdanken es den Verbindungsnachweisen der Handys, dass wir den Mord aufklären konnten. Sie verrieten uns, dass sich die Verdächtigen zum Zeitpunkt der Tat am Tatort aufgehalten hatten. Alphons und Robert stritten alles ab und beschuldigten sich gegenseitig. Wir konnten nicht eindeutig nachweisen, wer abgedrückt hatte. Sie sind maskiert gewesen und nun beschuldigte jeder den anderen. Aber wir wussten, dass die beiden am Tatort waren. Alphons und Robert Barnes. Alphons und Robert Barnes. Ich vermisse die Zeit, als unsere Freundschaft begann. Damals lag die Zukunft vor uns. Unser ganzes Leben lag vor uns. Nie im Leben hätte ich mir vorstellen können, dass Brittany so etwas passiert. Nie im Leben. Was ich aus den Geschehnissen gelernt habe? Wir müssen unseren Kindern beibringen, dass man mit Arbeit und Bildung alles erreichen kann. Aber man darf es sich nicht einfach von anderen nehmen. Sie wird mein Baby nie kennenlernen. Aber das Leben geht weiter. Tag für Tag. Niemand hier möchte sich allein der Wildnis stellen. Jeder Cowboy weiß, dass man besser zu zweit reitet als alleine. Sie waren die zwei Amigos. Es schien eine aufrichtige Freundschaft zu sein. Es war schockierend. So etwas wäre mir nie in den Sinn gekommen. Der Grund seines Zorns ist mir unverständlich. Er benutzte einen Schläger. Es war eine völlig sinnlose Tat. Ich glaube, es geschah im Affekt. Die Spannungen entluden sich und einer war am Ende tot. Die Interstate 25 und der Highway 60 kreuzen sich in einer sehr abgelegenen Gegend. Am Fluss entlang ist es dort sehr buschig. Ein Mann war mit seinem Hund am Fluss spazieren. Der Hund blieb stehen und schnüffelte. Der Mann näherte sich. Und sah die Ecke einer Plane. Das kam ihm ungewöhnlich vor. Also hob er die Plane mit einem Stock an. Was er zu sehen bekam, waren die sterblichen Überreste eines Menschen. Nur zwei Jahre vorher waren wir wie Brüder. Man rechnet doch nicht damit, einen Bruder zu verscharren. Dies ist die Geschichte zweier enger Freunde. Einer war der Trauzeuge bei der Hochzeit des anderen. Beide waren Baseballtrainer und dritten Rodeos. Sie waren zwei Cowboys, die ihre Arbeit liebten. Sie schienen ihre gegenseitige Gesellschaft zu schätzen. Doch so war es in Wirklichkeit nicht. Es war eine große Täuschung. Keiner von uns dachte, dass der andere einen so großen Hass hegen könnte, der in einem Mord gipfelte. In einem Ort wie Berlin zählen konservative Werte, wie Ehrlichkeit, Loyalität und Respekt. Ich lernte Bob in der Highschool kennen. Sein Vater war deutscher und sehr groß. Seine Mutter war nur knapp 1,50 Meter. Sie waren liebevolle, aber auch strenge Eltern. Bob war sehr konservativ und strenggläubig, da sein Vater Pastor war. Ich wurde zu einem starken Glauben erzogen. Doch ich hatte noch eine zweite Passion. Und die dauerte nur acht Sekunden. Wir waren alle in Rodeo-Clubs. Er war der Beste und hielt sich für den Größten. Hier im Südwesten ist das Teil des Lebens. Wir blieben wegen des Rodeos in der Highschool. Nach der Highschool fängt man mit Amateur-Rodeo an und dann wird man Profi. Es gibt nichts Tolleres, als Rodeo zu reiten. Nur man selbst und der Bulle, beide entschlossen zu siegen. Bob war sehr ehrgeizig. Beim Rodeo ist es wie in allen anderen Sportarten, es geht ums Gewinn. Niemand in seiner Familie ritt Rodeos, aber er liebte es. Er war fünf oder sechs Mal auf nationalen Rodeo-Endausscheidungen. Das ist eine starke Leistung. Das ist der Oscar des Rodeoreitens. Nicht viele Cowboys hatten so viel vorzuweisen wie ich. Und ich hatte die Gürtelschnallen, die es bewiesen. Die Gürtelschnallen, die verliehen wurden, waren Spezialanfertigungen. Wenn einem die erste Gürtelschnalle überreicht wird, schwebt man auf Wolke sieben. Es ist sehr aufregend. Doch Rodeo ist nichts für einen verheirateten Mann. Die Frauen machen sich immer Sorgen, ob man in einem Stück nach Hause kommt. Er war sehr gut, aber er wollte sicher gehen, dass er auch einen Plan B hatte. Bob war verheiratet, hatte Kinder und war ein Familienmensch. Ich sparte, kaufte eine kleine Ranch und versuchte meine Rodeo-Tage hinter mir zu lassen. Ich kam aber nicht völlig davon los. Er verkaufte Western-Kleidung. Er hatte einen Anhänger umgebaut und verkaufte dort Western-Kleidung und ähnliches. Beim Rodeo trifft man alle möglichen Menschen. Einer davon sollte mein Leben verändern. Für meine Freunde war ich immer der Nachtzügler. Ryan wuchs in Showlow in Arizona auf. Als er geboren wurde, war ich acht. Unsere Mutter war alleinerziehend und ging arbeiten. Sie hatte einen Friseursalon, also arbeitete sie von früh bis spät. Ryan und ich waren auf uns allein gestellt. Er war für eine lange Zeit meine rechte Hand. Alles, was ich tat, tat auch er. In diesen Jahren war es nicht immer leicht für Sean und mich. Aber es hat mich abgehärtet. Ryan wuchs unter älteren Jungs auf, was ihm in seiner körperlichen Entwicklung zugute kam. Er war ein ausgezeichneter Baseballspieler, ein Naturtalent. Und ich dachte mir, wenn ich einen Ball werfen kann, dann geht das auch mit einem Seil. In Arizona ist Rodeo eine Art Nationalsport. Ryan und ich lernten früh reiten und mit dem Seil umzugehen. Er liebte es. Er verschrieb sich voll und ganz dieser Cowboy-Mentalität. Es machte Spaß, ein Cowboy zu sein. Und ich wollte natürlich auch danach aussehen. Ryan zog sich gerne gut an. Hemd und Hose immer frisch gebügelt. Große Gürtelschnalle und ein Cowboy-Hut. Man könnte sagen, ich war ein Rodeo-Junkie. Ich reiste von Stadt zu Stadt, um daran teilzunehmen. Ryan genoss diesen Lebensstil. Er fühlte sich wohl. Er nahm an Rodeos in ganz Nord-Arizona und New Mexico teil. Ich machte mir Sorgen, dass er ohne Ziel durchs Leben ging. Er tat nur, was ihm gerade gefiel. Und das waren Rodeos und ein Cowboy zu sein. Als ich hörte, dass in Berlin Hilfe benötigt wurde, machte ich mich auf den Weg. Am Verkaufstag kamen immer ein paar Jungs, die Arbeit suchten. Es liefen immer 15 oder 20 herum und führten Vieh in die Gehege und ähnliches. Auch er kam eines Tages und bekam Arbeit. Ich kümmerte mich nur so lange ums Vieh, bis ich eine bessere Gelegenheit witterte. Ryan und Bob trafen sich beim Verkauf von Western-Zubehör und freundeten sich an. Der junge Ryan befragte mich über mein Geschäft. Er war mir sympathisch. Er war ein begnadeter Verkäufer. Ryan hätte Autoverkäufern gebrauchte Autos andrehen können. Er konnte sehr überzeugend sein. Ryan war ein Opportunist. Er konnte Menschen zu seinem Vorteil manipulieren. Ich dachte mir, mit meinem Köpfchen und Ryans Mundwerk würden wir ein klasse Team abgeben. Ich hielt das für eine großartige Karrierechance für Ryan. Damit konnte er sich weiterentwickeln und sich ein gutes Auskommen erarbeiten. Etwas an Bob erinnerte mich an früher, als ich mit meinem Bruder Sean herumhing. Es war toll. Die Tatsache, dass Ryan sich gut aufgehoben fühlte, beruhigte mich und unsere Familie. Bob nahm ihn auf und gab seinem Leben vielleicht nicht Sinn, aber eine Richtung. Tatsächlich kann das Leben eines Cowboys einsam sein. Da ist es besser, wenn einem jemand den Rücken frei hält. Sie reisten viel. Bob nahm Ryan mit, wenn er die Westernklamotten verkaufte. Ryan genoss das sehr. Bob war wie ein großer Bruder für ihn, ein Mentor. Sie gingen sehr kameradschaftlich miteinander um. Es schien, als ob Bob ihn immer aus Problemen heraushielt. Ryan war ein Schlitzohr. Er suchte geradezu Ärger. Er war wie kleine Brüder eben sind. Ich weiß, wie kleine Brüder manchmal sind. Manchmal muss man sie wieder zurechtstutzen. Wenn Bob und Ryan ihre kleinen Raufereien hatten, gewann immer Bob, da er kräftiger und muskulöser war. Ryan war schlanker, also setzte sich immer Bob durch. Ich weiß nicht, warum er sich immer mit Bob anlegte. Er wusste ja, wie es ausgehen würde. Bob wies ihn in die Schranken und ging. Es begann als spielerischer Wettkampf. Aus Spaß. Doch eines Tages würde der Spaß enden. Und das war alles andere als schön. Hier draußen ist es leicht, vom Weg abzukommen. Doch ich hätte nie gedacht, dass Ryan und ich uns so verlaufen würden, dass unsere Freundschaft mit einem Mord enden würde. Der Körper war bis zur Unkenntlichkeit verwest. Es war nur noch ein Haufen Fleisch und Knochen. Wir hatten keine Ahnung, um wen es sich handeln könnte. Die Todesursache waren vermutlich innere Verletzungen, verursacht durch stumpfe Gewalteinwirkungen. Einige Rippen schienen gebrochen, Anzeichen auf innere Blutungen. Hinweise deuteten auf einen Baseballschläger als Tatwaffe. Ryan und ich waren in erster Linie Cowboys. Wir liebten aber auch Amerikas Nationalsport. Bob trainierte eine Kindermannschaft. Also dachte sich Ryan, das würde mir auch gefallen. Es war wie damals in der Kindermannschaft. Nur, dass alle jetzt zu mir aufblickten. Ryan liebte Baseball. Und er war ein erstklassiger Catcher. Er wusste alles über diese Position. Als kleiner Junge hatte er immer Trainer als Vorbilder. Und nun nahm Bob diesen Platz ein. Ich glaube, ihre Beziehung vertiefte sich so schnell, weil Ryan und Bob die Bezugsperson fand, die er brauchte. Bob und Ryan schienen sich zu ergänzen. Sie passten einfach zueinander. Alles, was sie gemeinsam anpackten, gelang ihnen, da sie motiviert waren. Ich wusste, wenn diese Kinder groß sind, wollten sie sein wie ich. Ein amerikanischer Mann des Westens. Ein Cowboy. Ryan war ein harter Kerl. Und dieses Image pflegte er. Ein harter Kerl. Doch Ryan war nicht der Einzige, der wusste, was es bedeutete, hart zu sein. Ich hatte auch einiges durchgemacht. Bob war zweimal verheiratet. Seine erste Frau beging Selbstmord. Was ihn schwer erschütterte. Mit seiner zweiten Frau hatte er eine Tochter und einen Sohn. Er liebte seine Familie und tat alles für sie. Er sorgte gut für sie. Meine zweite Frau sagte, dass sie mich liebte. Aber ich fand heraus, dass sie mich nur ausnutzte. Sie nutzte ihn aus. Sie tat Dinge, die man in einer Ehe nicht tun sollte. Sie brach mir das Herz. Und ich regelte es auf die einzige Art, die ich kannte. Mit meinen Fäusten. Wir wurden wegen eines Familienstreits zum Haus gerufen. Bob und seine Frau waren geschieden. Er war bei ihrem Haus aufgetaucht und prügelte sich mit ihrem neuen Freund. Ganz ehrlich, einige Zeit ging es mir sehr schlecht. Aber langsam kämpfte ich mich daraus. Bob war wie eine Bulldogge. Wenn er sich in etwas verbissen hatte, ließ er nicht locker. Das ist typisch für Cowboys. Selbstbewusst an den Erfolg glauben. Und falls es nicht klappt, gibt es immer eine weitere Möglichkeit. Das war auch mein Motto. Bob und ich haben immer darüber gescherzt, dass es immer eine zweite Chance gibt. Ryan war ein Herzensbrecher. Sein Vater war halb Cherokee. Er hatte also Indianerblut in sich und sah wirklich gut aus. dunkle Haare, stechender Blick. Wenn er ein Mädchen sah, das ihm gefiel, versuchte er es zu beeindrucken. Ich sagte ihm Spaß, dass ich jede Woche ein anderes Mädchen wollte. Doch als ich April traf, wollte ich sie sofort heiraten. Ryan liebte in den Tag hinein. Was morgen geschah, war ihm egal. Er wachte auf und stellte sich den Herausforderungen des Tages. Seine Ehe ging er genauso an. Als ich es meiner Familie erzählte, hielten sie mich für verrückt. Also wurde Bob mein Trauzeuge. Ryans Einstellung war, ich mach das, akzeptiert es. So läuft das einfach. Wenn ich dieses Mädchen heiraten will, dann heirate ich es. Es hat euch zu gefallen. Ich dachte, dass April und ich glücklich würden. Aber unsere Ehe war vom ersten Tag an ein Desaster. Ryans Ehe war turbulent. Wie kann man mit jemandem leben, mit dem man sich dauernd streitet? Für mich war das keine Ehe. Ich hatte mehr Gemeinsamkeiten mit meinem besten Freund als mit meiner Ehefrau. Wenn es zu Hause schlecht lief, war Ryan bei Bob. Er ging einfach zu Bob. Er war sein bester Freund. Es stand so schlecht zwischen mir und April, dass ich nur noch bei Bob war. Und je besser ich ihn kennenlernte, desto klarer wurde mir, dass Ryan weder mit Frauen noch mit Geld umgehen konnte. Ryan war oft pleite. Er hatte nicht gerne alleine Spaß. Alle sollten Spaß haben. Also verpasste er jedes bisschen Geld, das er hätte sparen können. Es machte mir nichts aus, ihm ein wenig auszuhelfen. Aber er hatte selten Geld bei sich. Ryan trieb es immer auf die Spitze. Und Bob stand immer für ihn gerade. Das Problem war, dass Ryan kein Maß kannte. Wenn er sich Geld lieh oder man ihm Geld anvertraute, war es ein Problem, alles zurückzubekommen. Oft musste man lange warten. Manchmal zahlte er es gar nicht zurück und kam deswegen in Verruf. Hier draußen lebt ein Mann von seinem guten Ruf. Ryan tat nicht nur so, als wäre mein Geld seines. Er schmückte sich auch mit meinen Preisen. Bob besaß zwei Rodeogürtelschnallen. Ryan hatte sich einige lihen. Und bald nahm er sich beide. Bob war sehr verärgert, denn sie waren sehr wertvoll. Ich fragte Bob, wofür brauchst du die? Er benutzte sie ja nicht einmal. Also antwortete ich diesem respektlosen, kleinen Intriganten, wie ich es immer tat. Bob steckte ihn in den Geschirrspüler. Wenn er es im Leben zu etwas bringen wollte, musste er sich bessern. Bob konnte mich nicht ewig herumschubsen. Eines Tages würde ich ihm zeigen, aus welchem Holz ich geschnitzt bin. In der Hitze des Gefechts passieren Dinge, die man später bereut. Wenn man durch die Prärie reitet, fühlt man, wenn sich ein Unwetter zusammenbraut. Der Wind frischt auf, Spannung liegt in der Luft. Wenn man nicht schnell Unterschlupf findet, hat man ein Problem. Ryan und Bob waren beste Freunde. Lachten und scherzten miteinander in einem Moment und im nächsten gingen sie sich an den Kragen. In letzter Zeit nahmen die Raufereien zu. Es war wie die Geschichte vom alten und vom jungen Bullen auf dem Hügel. Bob sagte, warte, wir gehen gemeinsam herunter. Aber der kleine Bulle wollte hinunterlaufen und alles zerlegen. Es schien, als ob Bob ihn auf dem richtigen Weg halten wollte. Ein Cowboy kennt nur einen Weg. Er ist geradlinig und schmal. Bob war ein sehr guter Cowboy, weil er die Menschen behandelte, wie er behandelt werden wollte. Und er jedem half, der ihn darum bat. Er war einfach ein guter Mensch. Er gab für jeden alles. Als mich das Mädchen von nebenan um Hilfe bat, nahm ich es auf. Bob kannte Tony Wagner. Sie hatte Probleme und so mietete sie ein Zimmer in Bobs Haus. Ich dachte, ich könnte Tony wieder auf die Beine helfen. Und Ryan sollte auch helfen. Bob stellte Ryan Tony vor und bat ihn, ihr die Ranch zu zeigen. Ich hätte es besser wissen müssen. Obwohl er verheiratet war, fing er an, mit ihr zu flirten. Durch Ryans einnehmendes Wesen fühlte sich Tony schnell in seiner Gesellschaft wohl. Soweit es mich angeht, war das kein Problem. Bob wusste doch, dass ich eine Schwäche für die Ladies hatte. Ryan und Tony machten keinen Hehl aus ihrer Beziehung. Wobei Ryan immerhin noch verheiratet war. Ich bin kein Heiliger, aber ich kann Fremdgeher nicht leiden. Bob ärgerte sich über Tonys Verhalten. Vielleicht hätte ich mich nicht mit Tony einlassen sollen. Aber es schien mir, als wäre der alte Bob bloß eifersüchtig. Ich glaube, etwas Eifersucht war im Spiel. Ryan stand einfach immer im Mittelpunkt. Er war jung und stark. Vom Aussehen her konnte ihm Bob nicht das Wasser reichen. Außerdem, warum sollte ich nicht ein bisschen Spaß haben? Ist doch nichts Schlechtes dabei. Spaß haben, ist aber nicht dasselbe wie ausnutzen. Was mich verletzte war, dass Ryan auch mich zunehmend ausnutzte. Er bat Bob um Geld, aber meist zahlte er es nicht zurück. Oder er ließ sich Bobs wagen und brachte ihn zwei oder drei Tage nicht zurück. Ryan nutzte Bob mehr aus, als dieser bereit war zu geben. Bob ging mir zunehmend auf die Nerven. Also überlegte ich mir, wie ich selbst zu Geld kommen könnte. Ryan wusste, dass man mit Heu viel verdienen konnte. In diesem Tal wird im Sommer eine Menge Heu eingefahren. Man nennt es Alfalfa. Die Leute handeln hier schon immer mit Heu. Und ich hatte einen Plan, wie ich aus Heu Gold spinnen konnte. Ryan hat einen Ballen Alfalfa oder billiges Futterheu auf einem Privatgrund gesehen. Und wusste, dass er damit etwas Profit machen konnte. Zuerst musste ich bekannt gemacht werden. Die Farmer trauten Fremden nicht, speziell wenn man Verträge per Handschlag schloss. Also bat ich meinen besten Freund um Hilfe. Ryan war ein Versager. Aber er hatte das Herz am rechten Fleck. Also entschied ich, ihm noch eine Chance zu geben. Bob stellte Ryan, Rudy Marcus und Lincoln Hill vor. Er sagte, ich kenne jemanden, der Heu braucht. Und er versprach ihnen einen Teil des Profits. In der Vergangenheit war es ein Fehler gewesen, Ryan zu vertrauen. Ich hoffte, dass er dazugelernt hatte. Rudy und Lincoln galten als Männer, mit denen man sich nicht anlegen sollte. Ryan kaufte eine Menge Heu. Der Deal war, dass er es verkaufen würde und Lincoln mit drei Dollar pro Ballen beteiligen würde. Ich fand schnell heraus, dass ich das Versprechen nicht halten konnte. Der Käufer sah sich das Heu an und befand es für zu feucht. Man darf Pferde nicht mit modrigem Heu füttern, sie können sterben. Ich konnte es aber nicht zurückgeben. Das feuchte Heu war jetzt mein Problem. Der Käufer zahlte Ryan schließlich zwei Dollar pro Ballen. Damit hatte er jetzt schon Verlust gemacht. Ich denke, Ryan hielt sich für einen gerissenen Geschäftsmann. 300 Ballen für je drei Dollar kaufen und für je zwei Dollar verkaufen? Das hatte ich mir so nicht vorgestellt. Ich wusste, dass Ryan die Differenz nicht aufbringen konnte. Bob war sehr verärgert. Ryan sollte sich mit den Leuten einigen. Bob wollte nicht in etwas hineingezogen werden, was nicht seine Schuld war. Ich weiß nicht, wie oft ich es dem Jungen erklärt habe. Ich war es leid, in seine Probleme hineingezogen zu werden. Bob zeigte Ryan schnell seine Fehler auf. Doch Ryan konnte das gar nicht leiden. Ich weiß nicht, wie oft ich mir Bobs Vorträge anhören musste. Ich war kein verdammtes Kind mehr. Ich verstehe nicht, wie es dazu überhaupt kommen konnte. Vielleicht, weil jemand unbedingt der große Macker sein wollte. Valencia County, im Westen der Manzanos, in der Mitte des Rio Grande Valleys, ist ein wunderschönes Land. Doch eine Gegend kann schön und gefährlich zugleich sein. Wir nennen sie nicht umsonst den Wilden Westen. Hier gibt es jede Menge Gesetzlose. Und Ryan war dumm genug, mit zweien davon Geschäfte zu machen. Rudy und Lincoln hatten viel Einfluss. So viel, dass man sich nicht mit ihnen anlegen wollte. Was die Sache noch verschlimmerte, war, dass das Geld für deren Mutter bestimmt war. Mit dem Heu bestritt sie ihren Lebensunterhalt. Und wenn man die Mutter eines Gesetzlosen bescheißt, steckt man tief im Schlamassel. Lincoln suchte verärgert Ryan auf, weil er nicht ausbezahlt worden war. Er hat gesagt, dass er das Heu für das Heu betrachtet wurde. Ryan zog einen Scheck aus der Tasche und sagte, du bekommst dein Geld. Lincoln glaubte ihm und gewährte ihm einen weiteren Tag. Ich hatte 24 Stunden, um das Geld aufzutreiben. Ich wusste, dass Lincoln und Rudy sich nicht nur an Ryan halten würden. Wenn er am nächsten Tag nicht zahlen würde, ging es auch mir ans Leder. Lincoln und Rudy suchten auch nach Bob, da Ryan fälschlicherweise herumposaut hatte, dass sie Geschäftspartner seien. Ich sagte Ryan, wenn er die Jungs nicht auszahlen würde, wären wir geschiedene Leute. Nach zwölf Stunden hatte ich immer noch keine Ahnung, wie ich das Geld auftreiben sollte. Ich hatte Tony mein letztes Geld gegeben. Tonys Auto hatte eine kaputte Windschutzscheibe, für die sie schon verwarnt worden war. Ryan hatte fast das gesamte Geld, das er mit Lincolns Alf Alpha verdient hatte, in die Reparatur gesteckt. Er dachte, wenn er ihr helfen würde, könnten sie mit dem reparierten Auto schnell Geld auftreiben. Man findet erst heraus, wer seine wahren Freunde sind, wenn man in Schwierigkeiten steckt. Tony Wagoner fuhr mit Ryan herum und sie versuchten, Geld aufzutreiben. Vielleicht um seine Schulden zu tilgen, vielleicht um abzuhauen. Es hatte sich bereits herumgesprochen, dass Ryan keine vertrauenswürdige Person war, von der man geliehenes Geld zurückbekommen würde. Ich bin kein Spieler, aber ich war verzweifelt. Tony und ich wollten unser Geld in einem indianischen Casino außerhalb der Stadt verdoppeln. Nachdem er etwa 100 Dollar aufgetrieben hatte, ging er ins Casino und verlor alles. Ihm entglitt jegliche Kontrolle. Ich hatte nur noch sechs Stunden, um das Geld aufzutreiben. Ich brauchte einen Plan, und zwar schnell. Während Ryan Zeit im Casino verschwendete, suchte ich nach einem Weg, uns beide aus dem Schlamassel zu befreien. Bob war ziemlich sauer wegen der ganzen Situation. Wir gingen gemeinsam Abendessen und sprachen über alles. Gerade als wir nach dem Essen aufstehen wollten, bekam Bob einen Anruf. Rudy und Lincoln würden bei seinem Haus auf ihn warten. Das war der Moment der Wahrheit. Ich rief Ryan an und erkundigte mich nach dem Geld. Ich hatte das Geld nicht, aber ich sagte Bob, dass er sich bei einem Kampf auf mich verlassen könnte. Wir hatten es schon mit größeren und fieseren Kerlen aufgenommen. Ryan liebte den Kampf. Er maß sich gerne mit anderen. Er hatte keinerlei Angst. Er suchte den Kampf. Ryan wollte immer mit dem Kopf durch die Wand. Doch dieses Mal hatte er sich übernommen. Ryan und Tony fuhren zu Bobs Ranch. Bob war noch nicht zu Hause. Als wir ankamen, war alles leise. Als wären Lincoln und Rudy schon wieder verschwunden. Als Ryan und Tony hielten, kam Bob hinter ihnen zum Stehen. Bob war sehr gefasst. Alles schien normal. Als wir Lincoln und Rudy nicht antrafen, wollten wir Bier holen gehen. Sie wollten Alkohol kaufen gehen. Doch zu diesem Zeitpunkt trafen Lincoln und Rudy ein. Jetzt gab es kein Entrinnen mehr. Ryan und ich mussten kämpfen. Ryan schlang seinen Gürtel um seine Faust. Das war wohl seine Kampfvorbereitung. Er wusste, dass sie ihn zusammenschlagen wollten. Es war, als wären Bob und ich, Budge Cassidy und Sundance Kid, zwei gegen den Rest der Welt. Doch am Ende würde nur einer überleben. Manchmal wache ich auf und denke, es war nur ein Albtraum. Eine völlig sinnlose Tat. Ryan und ich waren beste Freunde, bis der Hoy-Deal schief ging. Uns beiden blieb nur eine schreckliche Wahl. Niemals wäre mir in den Sinn gekommen, dass so etwas geschehen könnte. Darüber denkt man nicht nach. Der grenzenlose Zorn, den sie zu diesem Zeitpunkt verspürt haben müssen, ich glaube, damit könnte ich nicht leben. Doch am Ende der Nacht musste nur einer von uns damit leben. Der andere würde tot sein. Alles schien in Ordnung zu sein, bis zwei Männer eintrafen, denen Ryan Geld schuldete. Er war noch immer ruhig, weil er sich schon oft aus schwierigen Situationen herausgeredet hatte. Ich bin sicher, dass er nicht dachte, dass die Situation so eskalieren könnte. Niemals. Ryan schlang seinen Gürtel um seine Faust und sagte, sieht aus, als wird es jetzt ernst. Dann stürzte er sich auf Rudy und Lincoln. Sie schlugen auf ihn ein. Es waren große Kerle, die ordentlich austeilen konnten. Tony schrie, dass Lincoln und Rudy aufhören sollten. Ich stand einfach da und sah zu. Ich verstand nicht, warum Bob mir nicht half. Dann sah ich, wie er den Baseballschläger nahm. Bob drehte plötzlich durch und brüllte Ryan an. Er nannte ihn wertlos und einen schrecklichen Menschen. Er sagte, Ryan sei wie Dreck am Boden. Bob stachelte Lincoln und Rudy weiter an, indem er Ryan einen Dieb nannte. Er schrie, brecht seine Arme, damit er nie mehr stehlen kann. Ich hatte schon lange genug von Ryan. Und jetzt brach es aus mir heraus. Tony sah, wie Bob den Schläger schwang. Und sie sah, wie Bob Ryan schlug. Er schlug hart zu. Er schlug auf seinen Körper ein. Er traf mindestens einmal den Kopf. Bob und ich hatten uns oft geprügelt. Doch dieses Mal war es anders. Sonst hatte ich immer die Chance zu gewinnen. Diesmal stellte Bob sicher, dass ich keine hatte. Rudy und Lincoln hielten ihn fest, während Bob auf ihn einschlug. Er hatte keine Chance, sich zu wehren. Er spuckte Blut und seine Nase blutete. Als er zu Boden ging, begannen sie ihn zu treten. Es waren brutale Prügel, die schwere Verletzungen hervorriefen. Doch ich war noch am Leben. Dann packten sie mich und brachten mich weg von der Ranch. Bob rief einen Mann namens Troy Hibden zur Hilfe. Als Troy bei Bob eintraf, sah er, wie Ryan zusammengeschlagen wurde. Nachdem er seinen Zustand sah, sagte er, lasst mich ihm mitnehmen. Ich peple ihn wieder auf. Um das Geld kümmern wir uns später. Es war mir egal, wohin sie ihn brachten. Ich war fertig mit Ryan. Ich wollte ihn nie wiedersehen. Sie brachten ihn zu Troys Haus und legten ihn auf den Badezimmerboden. Tony machte sich Sorgen, doch Troy versicherte ihr, dass es ihm bald besser gehen würde. Sie waren gesetzlos. Hätten sie nur etwas Anstand oder Einfühlungsvermögen besessen, hätten sie ihn in ein Krankenhaus gebracht. In den sechs Stunden, die ich sterbend auf dem Boden lag, wollte mir nur eine Person helfen. Tony erzählte, jemand hatte versucht, Ryan wiederzubeleben. Der aber wurde aus dem Bad gezogen und zusammengeschlagen. Ryan lag auf dem Boden und starb. Bob sagte Troy nach Ryans Tod, niemand hat es mehr verdient. Keinerlei Reue. Jetzt mussten sie ihr Verbrechen nur noch verschleiern. Und Bob sagte ihnen weh. Rudy und Lincoln brachten die Leiche 30 bis 50 Kilometer nach Süden, gruben ein flaches Grab und legten sie in eine Plane eingeschlagen hinein. Dort verweste sie über die nächsten sechs Monate. Ein Leben ist sehr wertvoll. In dieser Nacht war es das nicht. Einen Freund auf dem Badezimmerboden sterben zu lassen, das ist schrecklich. Ich denke, sie hatten alle Angst vor Bob und vor einer Verurteilung. Bob wurde verhaftet und kam vor Gericht. Zwölf Geschworene erklärten ihn für schuldig. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ihm widerfuhr Gerechtigkeit. Was Ryan wohl gefühlt hat, als Bob anfing, ihn zu schlagen? Es muss schrecklich gewesen sein. Er war sein bester Freund. Er hätte auf ihn achten und für ihn da sein müssen. Solch ein brutaler Angriff. Ich weiß nicht, ob man daraus etwas lernen kann. Ich weiß nicht, ob es gibt, ob es gibt, ob es gibt, ob es gibt, ob es gibt. Das Leben ist seltsam. Oft lernt man zu spät. Jetzt werde ich niemandem mehr zeigen können, was in mir steckt. Es ist eine sehr traurige Geschichte. Wir wurden alle getäuscht. Ryan wollte so sein wie Bob. Es ist schrecklich und tragisch, dass diese Freundschaft so endete und jemand das Vertrauen des anderen so missbraucht. Vielen Dank. Vielen Dank.